so hi und herzlich willkommen zu einem kleinen stream wir spielen ein bisschen forest und vielleicht noch ein bisschen was anderes mal gucken soll das hier gerade zu hell sein es tut mir leid diese sonne ist hier gerade irgendwie voll am reinschein was es nicht besser ja ich wollte heute sogar ein bisschen produktiv sein was forest angeht nicht was häuser bauen nicht was häuserbau angeht sondern eher ich will gerne schlagstock suchen ich möchte die mariette suchen ich hätte gern die schaufel und die shotgun die sachen hätte ich gerne ich habe was gemacht hier sieht man es nicht mehr so ganz weil ich hier schon was fällen musste aber was denn das was für eine textur ich habe die bäume respawn lassen können wir kurz habe den turm fertig gebaut ihr seht schon jetzt auch nicht mehr winter ich habe nur den turm fertig gebaut und ansonsten habe ich nichts gemacht ja ich habe die bäume respawn lassen mal jetzt müssen wir natürlich gucken so ein zwei werden wir fällen müssen ist den ein da werden wir vielleicht fällen müssen wir müssen mal gucken weil das problem ist jetzt können die reinspringen da müssen wir aufpassen und die habe ich hier habe ich holz weil ihr seht schon im inneren gab es auch einige bäume so mal gucken ob gleich wieder besuch kommt ich wette dass gleich wieder besuch kommt ich wette es einfach so kelle wenn man stöcke und machen wir die behälter folgen so wir warten noch kurz jetzt erst mal ab bereiten hier ein bisschen was vor wir gehen einmal rum looten bissel ich habe mir aufgemacht wo die maräte liegt ich habe mir mal aufgemacht wo der elektroschocker liegt das werden gleich mal holen für für die schaufel müssen wir uns ein kleines bisschen vorbereiten kriegen wir aber hin ähm ich bin jetzt so eine rolle fisch ich gebe euch eine errungenschaft 20 mal rolle fische essen so eine sushi errungenschaft ich will die haben ich will sie einfach haben ja und vielleicht gehen wir heute noch ein paar in so ein paar höhlen und so ich war übrigens noch mal kurz in der höhle ja das kreuz diese kreuzwaffe müssen wir uns auch noch holen ich wollte meiner höhle gestern und so noch mal dort wo diese ganzen blinden waren und habe mal die rüstung vollgemacht man sieht es da unten die rüstung ist mit voll wir haben noch zwei hier liegen ähm da müssen wir sowieso noch mal rein weil da ist das kreuz drin diese kreuzwaffe glaube ich die müsste irgendwo da liegen da müssen wir nochmal nochmal schauen es wird aber gleich nachts von daher gehen wir jetzt nicht erst noch los die hier unten müssen wir weg machen es wird wahrscheinlich gleich wieder irgendwas ankommen entweder eine truppe oder ein mutant oder i don't know oh was ist runter geflochen die stemme rüber uns dann später ich würde gerne ein bisschen spielen ich hätte gerne echt ein bisschen progress hätte ich heute gerne vor allem die schaufel hätte ich heute gerne das heißt wir müssen gleich eine höhlen tor machen da würde ich aber ein bisschen warten also bevor wir die höhlen tor machen würde ich ein kleines bissl warten weil mein monitor ist ich sehe gerade nichts weil die sonne hier reinscheint würde ich da ein bisschen warten wir können aber erstmal das andere zeug machen wo ich jetzt wohne ich eine höhle müssen oder wo ich halt auch ein bisschen weiß wo was ist ich mit der höhle mit dem kreuz wo das kreuz noch liegt da war ich schon mal das ist nicht so schlimm ich würde mal hier so ein bisschen hin stapeln dass wir die nicht verlieren der schade drum ist gutes holz es wäre doch sehr schade ich gehe aber lieber gleich erstmal zurück weil ich befürchte dass wir zeitmäßig gleich besucht bekommen werden der frühling ist noch gar nicht lange da ich glaube ein tag also ich glaube der ist noch gar nicht so lange da ja so zack einmal schlafen schlafen laufen die große ohran gut schon mal gucken es gab schon wieder ein windows update nicht dass hier schon wieder irgendwas zerhauen wurde noch ist nichts angekommen das verwirrt mich ein bisschen es beunruhigt mich ein wenig wenn ich ehrlich bin letztes mal als ich eine weile weg war war dann meine base voller dudes so wir trinken wir essen und dann würde ich sagen gehen wir mal los nein warte also ich esse mal einen rohen fisch ist ja frisch wie geht das kelvin hat zu wo ist der fisch hinter hi oh dankeschön kelvin hat ja zu tun kevin sammelt sticks wobei ich gleich erstmal gucke wie viel platz ist denn da noch ok der hat zu tun ok der hat sowas von zu tun gut dann würde ich sagen legen wir los so ich habe herausgefunden wenn man die mittlere maus dazu drückt kann man hier umstellen was auch sehr praktisch ist wir müssen als erstes sind die hülle dort nochmal die da oben gerade hoch zu das müsste die sein wo wir die schaufel bekommen die machete ist da drüben der elektrostock ist lustigerweise müssen in der nähe von der hülle sein der links da irgendwo muss der sein okay das passt gespeichert haben wollen gespeichert ist dann würde ich sagen wo die pflanzen wachsen auch schon achja ich muss mal wenn ich jetzt hier lang latsch alles mögliche an pflanzen mitnehmen dass wir mehr anbauen können ingenier sitzt da ich weiche nochmal eben gehen wir ein bisschen runter ich habe schon so viele weicherstände ey das ist schon ok würde ich sagen gehen wir erstmal in die höhle da oben oh also hier steht jemand oh Gott so dann gehen wir als erstes in die höhle in die da holen uns das kreuz die kreuzwaffe den schlagstock also den elektrostock unterwegs gehen wir noch ein paar loot spots ab würde ich sagen nehmen wir unseren daily loot mit ich fühle mich heute auch nicht so schreckhaft ob das dann was bringt oder stimmt das wird sich zeigen kann ich ein seil noch mitnehmen ja kann ich oh klar die steine brauche ich auch unbedingt ok ok ich kann es dir vier ladungen mitnehmen ich bin begeistert muss ich dich so einsammeln nee ok ich will ja ich will ja samen kriegen von denen ähm da unten ist der stein da will ich noch hin jetzt zwei militärkoffer 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 oh ja das ist der hammer nice ach ich habe vergessen im discord einen post zu machen naja kann ich ja gleich noch machen so jetzt gehen wir da hoch da müsste irgendwo der elektrostock sein mal so Stück für Stück dann auch so ein bisschen alles was es so gibt im spiel mal zusammen sammeln dass wir das alles mal haben warte mal wir könnten theoretisch doch nochmal hier reingehen fällt gerade ein es gibt noch eine errungenschaft ähm einmal alles herstellen im drucker jetzt kann ich gleich mal gucken wie es schlimm das ist mit dem hellen licht hier auf meinem monitor ob ich hier was sehe oder nicht ja ok ok es ist schlimm dann werden wir ein bisschen warten noch müssen ok einmal das müssen wir glaube ich drucken ich muss ja einmal alles gedruckt haben das ist eine errungenschaft ok der haken ich glaube da kann da muss ich mir doch selber einen herstellen ne so haken ist gedruckt so ich kann den mal aufhören ist das wieder andere Pfeile oh das sind wieder andere Pfeile ok die Trinkflasche haben wir die Maske haben wir das habe ich noch nicht gedruckt wie habe ich denn noch von dem ok ich habe noch einiges an Druckerflüssigkeit oh das sind zwei Haken ok das ist ganz cool Techmag haben wir ich würde auch versuchen Schlitten haben wir ja auch wir packen einfach alles in Techmag was wir können wie habe ich denn davon fünf Stück und davon brauchen wir eh wie viele Zähne ne um die komplette Techrüstung uns mal zu machen würde ich sagen machen wir uns noch ein bisschen Techmag Mag gibt es jetzt hier nicht ne ne wobei was brauche ich denn für die Techrüstung Draht das das geht eigentlich ne wobei wenn wenn das gerade noch nicht so gut ist diese Rüstung bringt es halt nichts sie jetzt schon zu machen habe ich eigentlich das Buch was ich in der Multiplayer Partie gefunden habe ich habe die doch 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 ich habe das ok es wurde mir schon gut geschrieben anscheinend ok ich gehe wieder zurück dumm 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 guck mal in dem Tag war sie das zwei was hier oben in dem anderen Tag holen wir die Machete die ist ne ganze Ecke weg die ist irgendwo da hinten da dort wo die 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 Höhle war für das Tauchgerät irgendwo da soll die Machete sein ich habe nicht genau geguckt wo ich habe nur so geguckt in welchem Gebiet sie liegt also irgendwo am Strand dort soll die liegen angeblich müssen wir da mal gucken Schneebären collected oh oh die Schneebären waren die giftigen ne shit wieso sollte ich die an aber oh kann man vielleicht mit den Schneebären so Giftzeug machen also ich auch noch brauche jetzt mal irgendwie ähm Aloe Vera Samen und so wie ich die einpflanzen kann ich glaube bei dem großen See gab es Aloe Vera so dann müssen wir da mal vorbeilaufen dann gleich auf dem Rückweg oder so das ist ein Hase wow oh Alter Heckenkirsche collected die sind auch nicht nicht äh nicht nicht giftig die waren giftig ne glaube ich oh da liegt ja was das sollte der Stab sein perfekt der hier jawoll rr ne ähm den Stab hätte ich aber äh brauche ich nicht ich nehme das oh ne Ohr nehme ich auch mit so jetzt müssen wir mal gucken ob ich überhaupt was sehe es könnte lustig werden was zu sehen da bin ich mir so nicht sicher okay hier geht's ich muss aber die Taschenlampe nehmen ich glaube man den Stab schon mal sehr schön hier gab es nochmal Loot ne hier gab es glaube ich Stoff ne ja genau hier gibt es Stoff und Ohren in Masse war ich nicht noch irgendwo Munition oder so mir war so ich hätte auch gerne die die Shotgun hätte ich halt auch gerne mal von daher wir können echt erst in Höhlen gehen wenn ich hier irgendwie dass die Sonne weg ist das geht ja gar nicht so Freunde ihr seid doch respawned bestimmt ne wie ich das hier sehe was dagegen ist das jetzt geknallt bitte so einer steht schon mal da unten dahin steht auch einer ich sehe halt nichts ich habe plötzlich für euch das bisschen heller gedreht aber die Sonne macht mir gerade nicht richtig durch die Rechnung ich könnte irgendwo eine Granate oder so hinschmeißen und dann hoffen dass die alle dahin gehen da ist einer wo sind die alle sonst sind das immer übelst viele gewesen hä hä seh ich die noch nicht ich sehe ein einzigen einer war da hinten gerade noch da ne hä doch da genau ne 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 gib mir mal das bitte okay Muni Stoff gut mehr wollte ich jetzt hier eigentlich auch nicht bisschen Rüstung hätte ich gut gefunden aber muss jetzt nicht sein okay Rüstung muss nicht sein da habe ich ja eh noch einiges auf Tash und ich bin voll Rüstung aber wir haben jetzt das Kreuz schon mal sehr schön dann gehen wir jetzt denke ich mal gucken wie spät es ist gehen wir erst nochmal zurück oder gehen wir gleich rüber es ist 10 Uhr erst ja komm da gehen wir gleich noch rüber ein Reh dann müssen wir da rüber an dem Strand wo die Höhle ist mit dem da muss irgendwo müsste was liegen und dann ja mal gucken also latschen wir jetzt da rüber gut gut da haben wir das Kreuz auch schon mal genau Kreuz und den Schockstab was ist hier hier oben muss auch noch irgendwas hin hm schmeckt das nein tut es nicht aber ich wollte nochmal hier oben gucken an dem See wegen wegen Aloe Vera und Co wenn das im Frühling überhaupt nicht schon gewachsen ist ist die große Preisfrage Schachtelhalme ich hätte gerne Seeds Collected da unten stehen Seeds Collected fände ich super ich dachte hier gab es Anloe Vera bin mir aber auch oh scheiße hi ich wollte nicht stören wo kann ich schade sorry wollte nicht stören sie müssen auch gar nicht hinterher kommen was wird zum Angst haben ach so ja gut so wie zum Aloe Vera gucken wenn wir das demnächst nochmal irgendwie machen müssen ich muss in die Richtung auf so einem großen roten habe ich jetzt aber eigentlich da habe ich jetzt gar keine Lust drauf mit dem lege ich mich jetzt garantiert nicht an ich denke wir werden dann später vielleicht noch in was war das hat er gelacht äh in jetzt habe ich die Lacher hat mich verwirrt in Jurassic World reingucken der Weg ist weit ne vielleicht finden wir unterwegs ja noch was anderes zum looten ich muss gerade ein bisschen in den Wald reingucken ob ich irgendwo was er spähe gerade einen an Kräuter ließ und so okay wir mal einen Schluck trinken wenn wir hier sind der Fluss ist aber auch schön ne um irgendwas Staudam mäßiges zu bauen eigentlich der große See See große See mit der Insel drin der hat mich ja auch gereizt vielleicht wenn wir alles so weit dann haben sag ich jetzt mal ähm und ich sag mal die Story abschließen könnten theoretisch ist ja noch nicht fertig also eigentlich sollte es fertig sein aber naja es ist ja auch gerade noch neuer Boss dazugekommen der ja innerhalb der Story relevant ist also gefährlich ist das glaube ich relativ ähm dann würde ich gerne ein bisschen ein paar extravagante Dinge auch bauen wollen ähm man könnte ja wieder wie in der 1 damals mit so Hängebrücken sich überlang bauen was auch geil wäre ich hoffe das geht noch aber ich denke schon dass das noch geht eine gemeine Hängebrücke würde ich gerne mal bauen da müssen wir mal gucken wie man das am dürfsten anstefft ich hab die hab die nicht vollgenommen ja sorry ich hab euch echt nicht vollgenommen mein Fehler mein Fehler sorry ja genau da müssen wir hin an den in den die Ecke da folgen die mir da hinten dackeln sie rum ja doch sie kommen ja nachher klein Schweinchen ich würde vielleicht gerne mal eine Runde in oh alter arschig ähm eine Runde in KSP vielleicht wieder reingucken heute müssen wir jetzt komm ich nicht hoch mal schauen ich hab gedacht wir könnten KSP ja mal so ein paar Sachen probieren vielleicht ein paar Baupläne austesten starten werde ich wahrscheinlich nicht können weil Performance am Arsch dann in KSP manu wieso seid ihr so viele hi wow alter da kann das wagen kann mir einfach irgendwas zu knippen was ist das hier eigentlich so eine höhle jetzt war es zum buddeln oder ja wir brauchen die schaufel wir holen die heute heute ist der tag der schaufel aber erst holen wir mal nach oh das sieht aus noch was anderes was mir fehlt schienen sich paar wolken davor es täuscht noch ein elch wie viel fleisch der elch wohl gibt es würde mich schon mal reizen aber ich befürchte ich befürchte er wehrt sich wenn er sich wehrt habe ich ein problem äh ich muss da lang laufen irgendwie in der richtung an dem strand da soll es irgendwo sein das heißt auf der linken seite waren wir ja prinzipiell wobei ich bin doch damals die insel einmal abgelaufen da war ich okay müssen wir mal da durch und mal gucken oh nein wieso sind die überall was mit den die ballen ist ja gar nicht nervig ey ich hoffe die bleiben mir jetzt fern kleiner stein collected okay kann ich auch brauchen aber brombeer seeds bräuchte ich halt auch wo die ganzen seeds wieder ey dass die beiden sich nicht nur von blaubeeren ernähren das wäre irgendwie ein bisschen lame oh ein kleiner teich sowas bauen wir hier gar nicht erst auf da fangen wir gar nicht erst an mit freunde äste äste da vorne liegt da bei dem stein liegt doch irgendwas oder da liegt doch irgendwas rum ne gut das ist das ist hier gestrüpp das ist nix so drüben hab ich auch nicht wo ich wo da irgendwo was liegt hier ist und stein da ist und stein blub hi hi knotte knotte da liegt aber auch nirgendwo was das ist ein hai nee ist das ein hai das ist ein hai blub wie geht's dir alles gut bei dir oh warte mal okay okay das licht scheint mir immer noch voll ins gesicht ich muss grad mal nachgucken das sind orca oh nein das sind orcas wait a minute wait a minute oh oh okay also hat der orca hat einen gefressen aber anscheinend nicht gut bekommen und der hat versucht eine weste zu fressen nicht gut bekommen okay gut da geht es aber nichts ne liegt nirgendwo was da vorne ist das wäre so gestrüpp zeugs oder da oben an dem stein da oben liegt was rotes auch ganz okay ah guck mal hier haben wir da was ja hier haben wir Zelte hier haben wir da was hier ist ein Lager Marete nice und noch ein bisschen extra guter Loot jawoll was haben die hier gemacht sich gesund das sind die jetzt verarschen ich will auch ich will auch oh Muni nehme ich gerne ist die schön schnell die ist schön schnell ne warte mal ich esse mal so ein Miel-Ding dann kann ich das andere mitnehmen ah lass die Tabletten nochmal bei uns so rein hi Kollege du hast hast du irgendwas Schrottflintenaufsatz collected hallo okay das war hier glaube ich alles ne dann können wir nach Hause gehen erstmal und wenn die Sonne weg ist gehen wir in die Höhle und wenn wir die Schaufel haben wenn wir sie haben dann können wir überall rum gehen wo die Gräber waren dort wo wir waren an dem Strand gab es auch ein Grab auf so einer kleinen Landzone die da so ein bisschen in den Sandstrand reinging da gegenüberliegenden Seite war die glaube ich da gab es ein Grab das weiß ich noch ich werde zu vielen Gräbern vorbeigekommen ich weiß nicht mehr wo die alle waren weißt du was cool wäre das würde sehr einem Survival Game widerstreben eigentlich aber ein schnelles Reisesystem wäre echt geil ich lade jetzt straight in die Richtung wir hatten doch noch dieses diese Essensluke gefunden ne in der Höhle gab es so eine Essensluke da war noch eine Tür mit einer Keycard da brauche ich ich habe nicht eine einzige Keycard gefunden fällt mir auf hätte ich schon eine finden sollen ich gönne mir meine Energy dann kann ich schneller rennen für den Fall der Fälle und ich gönne mir einen frischen rohen Fisch also alles für die Sushi Errungenschaft ich mag das Moos ne das sieht so gut aus das Spiel sieht gut aus obwohl ich die Grafik für den Stream runtergedreht habe das sieht trotzdem gut aus einfach dieses blinkende Symbol was jetzt zwischen uns da liegt ist das das gewesen mit dem mit der Kaviteria das war das ne könnte man eigentlich nochmal vorbeigehen theoretisch und mal ein bisschen looten um 15 Uhr nein ich gehe ich gehe zurück ich gehe zurück wir riskieren hier mal nichts das Ding ist also wenn wir uns eingeloggt haben kamen noch keine kein Raid also keine Dudes oder Mutanten nichts von beiden kam bevor ich losgegangen bin ich habe ein bisschen Angst dass es unseren zwei Freunden nicht so gut geht gerade weil die mussten dann alle damit fertig werden wenn es Mutanten sind wenn es dieser doppelte Dude ist könnte das echt ein bisschen heftig werden von daher sollten wir so oder so jetzt zurückkehren erstmal was machst du so was treibst du so schön ausschau halten nach Aloe Vera Aloe Vera hier gab es ja noch andere Pflanzen ich habe vorhin noch irgendwas aufgesammelt die Brombeeren noch irgendwas Schafgar nee Schafgar woanders Miet ach nee nee ich dachte nur ich glaube bei diesem da dieses andere Lila das ist das einzige Lila in der Ausgabezeichen wo wir noch nicht waren weil wir die Schaufel dort brauchen da ist ein Reh ja das ist hier hier war das Vorratslager Ding da brauchen wir aber im Endeffekt die Keykarten die haben wir da noch gar keine Ergo brauchen wir da jetzt nicht runter ich hoffe einmal die zwei sind immer noch in der Base und nicht jetzt irgendwo wieder rum rumlatschen draußen es könnte auch hier so jetzt mal ein bisschen Musik geben finde ich irgendwie ganz schön eigentlich ich habe mal eigentlich die Indie Musik wieder angemacht aber die ist so wenig da es ist so schade jetzt gibt es noch keine keine Seeds anscheinend müssen wir auf den Sommer warten boah ich bin halt zusätzlich aufgestanden ich bin müde Hilfe Hilfe achso hier ist der große Fluss das war die große Wiese stimmt da haben wir Virginia abgeholt gab es hier nicht irgendwo auch ein Dörfchen von denen da drüben irgendwo oder nicht da gerade hin nee das ist die beste Musik als Untermalung ja perfekt dankeschön Blum wow hi danke sorry das wollte ich nicht Das passt so gut zum Lied gerade. Jetzt warte mal, ich muss gut die... So, jetzt können wir. Au. Hallo? Hallo? Dunkel? Ah. Okay. So. Wow. Bums. Hat man jetzt lange nicht das Lied, ne? Das hat man schon eine Weile nicht mehr. So, das passt alles. Mehr gab's hier nicht, ne? Ich glaub, das war's. Oh nein, Virginia ist bei uns. Hi, Virginia. Du hast was. Das ist voll lieb. Dankeschön. Können wir wieder nach Hause gehen, bitte? Hä? Du hast es nur in die Erde gelegt. Das ist aber super lieb von dir. Können wir wieder nach Hause gehen? Das war super. Wir haben Calvin allein gelassen. Das ist nicht gut. Ah, sie kommt mit. Sie braucht nur ein bisschen. Ich höre, wir collected. Keine Seats. Keine Seats. Sie ist auch in die andere Richtung. Ich hoffe immer, dass sie zurückkommt. Sie ist erwachsen. Sie wird schon wieder nach Hause finden. Ja, hier. Da drüben irgendwo war doch ein Grab. Jetzt kann ich doch nicht aufsammeln. Es ist immer die Gefahr, wenn du halt weit weg gehst, dass die NPCs mitkommen und dann, äh, ja. Kann es passieren, dass sie draufgehen. Weil sie clever sind. Ach ja, hier war ja unsere alte Base. Ach, guck. Ach, guck. Geht das jetzt noch? Oh, oh. Okay, es geht. Cool. Es geht. Wir haben alles heile. Calvin, alles okay? Hier keine Mutanten drin. Keine Eingeborenen hier drin. Alles, alles gut. Calvin ist am Sammeln. Ist ja fleißig. So, wir speichern gleich erstmal. So, wir speichern. Gut, dann haben wir jetzt das Kreuz, die Machete und den Elektrostab. Oh, das wollte ich gar nicht. Mit dem Holz können wir dann eigentlich noch weiterbauen. Ich wollte ja eventuell noch die Mauer ein Stück nach außen setzen, ne? Wollte es nochmal aber nicht jetzt. Aber die Sonne geht jetzt langsam weg. Wir warten mal kurz, würde ich sagen, bis es... Ähm... Bis es wieder Tag ist. Bis es nachts ist. Wir können pennen. Calvin, was tust du da? Ja. Okay. Rottenfisch. Können wir das aufmachen? Ja, können wir. Ah, die Machete liegt dort. Ah, okay. Ich glaube nicht, was hier liegt. Das ist die Machete. Alles klar. Das haben wir. Granaten haben wir auch einige. Food haben wir. Wir haben eigentlich relativ... Alles. Was steht eigentlich in dem Buch drin? Kann ich das lesen? Parallel-Universe. Time-Travel. Kannst du nochmal kurz rumdrehen? Tim Leblanc. Okay. Time-Travel. Parallel-Universe. Das Reisen zwischen ihnen. Hat das was zu tun mit dem, was hier abgeht? Oh, sie kommt zurück. Sehr schön. Ist das so ein dezenter Hinweis, was hier abgeht? Werben hat nur seine Grundgedanke. Aber was hat das mit diesen Relikten zu tun? Oder sind die Relikte etwas aus der Zukunft? Oder aus der Parallelwelt halt? Die die hierher geholt haben? Kann das? Ist das möglich? Aber wie sind die... Also da muss ja erstmal irgendwie eine Brücke entstanden sein zwischen diesen zwei Parallel-Universen. Sind die noch gut? Ja, oder? Ich denke schon, dass sie gut sind. Ah doch, sie sind gut. Sie hat schon wieder irgendwas aufgesammelt. Sie kommt ganz langsam zurück. Alles klar. So, Freunde. Irgendwas gewachsen. Weidenröschen-Seeds collected. Brombeeren. Nein, ich wollte die nicht essen. Okay. Habe ich denn gerade zwei Seeds davon bekommen? Okay, dann doch nicht. So, dann habe ich eigentlich alles, ne? Achso. Okay, ich will da drin ja auch speichern können, ne? Ich habe eine Plane. Ich hätte gern mehr Planen. Das heißt, wir nehmen mal... Hi, Calvin. Okay, jetzt habe ich vier Planen dabei. Die Speckstücke kannst du wieder haben. Kein Interesse. Ich habe mitbekommen, dass die Entwickler wohl gesagt haben sollen, dass Forest 2 kein Vorgänger sein soll, sondern nach den Ereignissen Teil einspielt. Das passt zu den Dingen, die ich mit... Hier auch mitspielen. Irgendwie anscheinend. Dass da irgendwie was sein könnte. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber es könnte. Wäre aber cool, wenn es so wäre, wenn die ersten Charaktere hier irgendwie eine Connection haben. Und hier halt mit dabei sind, irgendwie. Vielleicht tauchen die doch irgendwie auf. Das wäre schon geil. So, dann würde ich sagen, holen wir uns die Schaufel, oder? Dazu folgt mir dem Plus hier. Let's go. Tauchgerät habe ich dabei. Wollen wir mal gucken. Ey, Blub, ich denke, das stimmt wirklich. Das, äh... Das wirkt stimmig. So. Let's go. Ich denke, das Buch, was ich gerade, also ich in der Hand hatte, mit den Paralleldimensionen und zwischen ihnen zu reisen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Oh, den Bach, das sieht voll geil aus. Voll schön. Voll, voll schön. Okay, nee, Virginia läuft wieder nach... äh, läuft wieder zurück. Alles klar. Ich habe gehofft, sie kommt jetzt wieder zu uns. Doch nicht. Wenn irgendwas kommt, gehen wir ins Wasser. Wir haben die Zelte. Wir können uns also irgendwo Speicherpunkte machen. Kann man eigentlich alles, ne? Bitte Menschheit, öffnet nie irgendwelche Zwischendimensionen. Nein. Das Ding ist, Zwischendimensionen würde ich als noch schlimmer empfinden als Paralleldimensionen. Weil ich glaube, also, selbst wenn Paralleldimensionen relative Gegenstücke zu unserer oder halt einfach das gleiche Stück nur in anderer Form ist, wären Zwischendimensionen etwas komplett anderes. Wo ich mir nicht ausmalen möchte, was da... Hi. Äh, was da... Abgehen könnte. Hi. Ja, ja, ist ja, ist ja gut. Ich will dann live, Junge. Hast du mit dir hergerannt? Du bist weg. Oh Gott. Auch wenn ich jetzt weiß, wie ich im Wald überlebe. Ja, ob du dann in echt auch so überleben würdest in dem Wald. Und ich bezweifle, dass du eine Axt bekommst. Also, dass das Universum dir einfach so eine Axt gibt, bezweifle ich. Davon läuft einer. Davon laufen mehrere. Oh, was auch cool wäre zwischen so kleinen Canyon-Dingern irgendwie bauen, ne? Hät der auch was? So über dem Wasser oder so halb im Wasser? Wäre auch irgendwie geil. Ich tue mal einen Schluck. Sie gehen wieder. Was war das denn? Der Rote. Oh, der ist ja nicht der Rote. Wie viele sind das? Das waren doch sechs, sieben Stück. Oh, da ist ein... Oh, scheiße. Justen. Okay, alles gut. Easy game. Die Sache ist, Paralleldimensionen stellen wir uns halt wie komplettes, separate Universum vor. Was ist aber, was wäre, wenn Paralleldimensionen im selben Universum mit Co existieren? Das war ein interessanter Gedanke, das heißt, das wäre, irgendwo gäbe es quasi noch mehr Erden. Nur halt scheiße weit weg wahrscheinlich. Und vielleicht irgendeine Art Barriere im Universum dazwischen. Hier geht's hoch, ne? Wie kam er denn da hin zum Eingang? Das war der mit den drei Dudes, die davor aufgespießt waren, ne? Irgendwie hoch. Ich habe gestern noch die letzte Aufnahmerunde unserer LP-Welt fertig geschnitten. Cool. Wenn du wieder Speicher hast, sag Bescheid. Was die Multiplayer-Runde angeht, warte ich nur auf dein Go. Hier unten irgendwo, ne? Ja, da vorne. Genau, da wollen wir hin. Hi, Relains. So. Nicht. Oh, Geld. Oh, Geld. Oh, Stoff ist auch immer gut. Nehme ich auch gerne mit. Okay. Oh, lol. Ich habe ihn auch nicht gefunden. Gut, ist zu wissen. Schön. So, Freunde. Ähm. Ich würde sagen, wir speichern hier. Wir machen mal irgendwie hier eine Sicherung. So. Ich hätte auch sehr Lust, ich weiß halt nicht, ob es geht, aber ich hätte auch sehr Lust heute, wenn du Lust hast, Blub, und wenn die anderen dann später Lust haben, irgendwie Truck zu fahren oder so. Beziehungsweise halt, ähm, ja, vielleicht Snowrunner oder sowas. Hätte ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Okay, genau das war hier. Nein, vergiss es. Vergiss es, Junge. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Please don't do this. Oh, ja, hier ist jetzt die, die Leine. Hier unten gab es doch nochmal einen, genau, äh, Lufttank. Ich würde mal ganz kurz bis, ähm, Sonne, bitte. Ich möchte etwas sehen, wenn ich in diese Höhlen gehe. Ich trinke mal kurz einen Schluck und warte bis die Sonne... Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt einfach Erd drücke? Nee, ich habe gehofft, ich kann die, die Taschen aber einfach so aufwechseln. Ist mir hart, ich dafür immer ins Inventar gehen zu müssen. Ich hoffe ganz kurz, ich hoffe, dass die Sonne sich gleich beruhigt. So, da hinten kommen wir an irgendwo. Okay. Da hinten ein Stück Stoff, komme ich da ran. Ohne hier drauf zu gehen. Was war das? War ich das? Hä? Was für ein Geräusch? Okay, wir rutschen mal rüber, okay? Warte mal. Die vier Bogen, die fünf Zeitbombe, die sechs Granaten. Okay, okay, okay. Die drei ist das, die zwei ist das und die eins ist das. Alles klar. Okay. Die Giga-Bite-Update. Weicherplatz auf der Festplatte habe ich auch schon sortiert das nächste Mal. Also könnten wir wieder eine Runde aufnehmen, ja? Cool. Da freue ich mich drauf. Okay. Nein, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Oh. 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 Wodka, Energies, da hat sich aber jemand richtig reingekippt. Eieieiei, hat sich aber jemand richtig gegeben. Okay, hier gibt es anscheinend gar nicht weiter. Oh. Scheiße, bin voll. Ja, hier geht es wieder rüber. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen halt tauchen, ne? Hä? Was? Oh, dass ich mich mitbekomme, was das schon war. Okay, ähm. Erstmal legen wir das Tauchding an. Ich kippe eine Energy rein. Ich weiß halt nicht, bei ATS jetzt, ich habe halt das Problem, dass ich irgendwie nix machen kann. Okay. Let's go. Wir tauchen hinunter. Die Tiefen. Ich hoffe, die Höhle ist nicht auch wieder so kompletten Mutanten vollgeseucht. Das wäre kacke. Fängt ja geil an. Hi. Guten Tag. Ich werde mal, warte mal, ich lege die mal auf die Neuen. Ich werde auch mal ein bisschen mit denen arbeiten. Huh. Hi. Zwei. Am Arsch zwei, Alter. Wow. Ja, 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 Alter. Huh. Was? Bin ich froh, dass ich Rüstung, S, fuck an habe. Wie viel ist das denn schon wieder? Wo bist du, Junge? Alter. Stirb einfach. Huh. Oh. Alter. Wie viele sind das einfach schon wieder? Aber ich habe Rüstung, also alles gut. Huh. Wie. Fuck. Hat mir auch das Stellaris DSV vorbestellt. Bin mega gespannt drauf. Ich auch. Ich, ich habe für morgen auch Pizza. Schon. Pizza ist schon da. Oh, da ist noch einer? Bist du gerade respawnt? Der hat respawnt? Oder war der ja noch irgendwie bei seinen toten Kollegen? Äh, da. Creepy. Warte. Ich lege hier mal zwei neue an. Dann werden wir uns erstmal wahrscheinlich, wenn wir dann loslegen morgen, jeder ein neues Volk basteln aus den neuen Sachen. Also ich zumindest. Ich glaube Dark auch. Ich weiß nicht, ob du das auch machen willst, Block. Und dann wird das, das wird, das wird eine, ne, 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 Softrunde. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Ob wir sagen, nicht 100 Jahre. Ob wir sagen, nicht mit, äh, also nicht auf höchster Schwierigkeit, nicht Großadmiral. Ich würde nicht alles runterdrehen wollen. Also entweder oder. Alter, was sind das für Geräusche. Ihr habt so viel Rüstung, ne? So fucking viel Rüstung? Oh, meine Rüstung ist voll. Oh, was haben wir denn hier? Ein Tauri-Anzug. Ein Tauri-Nicy-Anzug. Da ist wieder, alter. Alter, wie viele denn noch? Ich überlege, ob ich einfach durchrenne. Ich meine, so... Ist jetzt nicht so, dass die mir krass... Was machen? Ich habe Rüstung und... Oh. Ich werde so viel Schaden machen, die mir nicht, aber... Trotzdem. Oh, eher unangenehm, die Truppe. Müssen müssen wir die Schleim fäden. Oh, nee, Alter. Äh... Wow. Ähm, ich rutsche? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe nichts. Ähm. Geil. Okay, ich bin nicht die Erste hier. Gut, so wissen. Ich würde hier gleich nochmal eine Speicherung machen, glaube ich. Hier ist... Hier ist Loot und hier ist, glaube ich, ein guter Punkt dafür. Hier gibt es noch ein Haufen Loot gerade. Ja, 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 komm. Komm, wir machen hier mal... Wir machen hier mal eine Speicherung. Hier gibt es gerade, äh... Das schreit nach... Hier gibt es gleich Party ab. Du musst auch Snowrunner spielen. Ich gucke dann gerne zu. Bin eh noch nervig erkältet. Und versuch, mich auszuholen. Alles gut. Alles gut. Glück. Nein, ich wollte keinen neuen Speicherstand machen. Ach, Mann. Ich habe so viele Speicherstände, Alter. Ich muss noch ein paar... Ich muss noch die alten mal löschen. Hallo. So, als geht es hier durch. Ach komm, nee, oder? Kommen die hier durch? Nur die? Wow. Wow. Pff. Haha. Ja, was ist auch bei mir selber gehauen? Ja, ja. Oh, oh. Scheiße, das war zu nahe. Scheiße. What the fuck? Ja. Ja. Okay, die Explosion hat mir gerade ordentlich, äh, Verrüstung weggehauen. Zurecht. Das war ein bisschen, ein bisschen unlucky. War da jetzt noch einer? Ich hoffe, da war jetzt keiner, da war noch einer, ne? Ich glaube, einer war noch da. Ah ja. Jetzt kann ich hoffentlich looten. Bin bei Solaris am überlegen, ob meine Schwetterlinge den neuen Origin bekommen. An welchen, welchen von den drei wirst du den geben? An welchen dachtest du? Ich finde dieses, dieses mit dem dunklen, äh, dunkles irgendwas, was das war mit diesem Dark, irgendwas. Das finde ich halt so interessant. Ich bin gespannt, was das macht. Ich bin echt gespannt, was das macht. Oh, da war da einer. Heute habe ich gleich. Ja, ja. Wo kommst du nicht so weit mehr her? Kommt der random aus nichts? Den ihr nicht nehmt. Er ist doch vollkommen egal. Gönn dir doch irgendeinen, der dir gefällt. Du musst damit spielen. Oh, bin wieder voll, okay. Nimm, nimm nur den, der dir auch gefällt. Davon ist noch einer. Was zum Fick? Sind die respawned? Wow. Ich, ich, äh, eskalier mal kurz. Waa, ich häng fest. Äh, wo lang, wo lang, wo lang? Hier lang? Okay, ich geh mal hier lang. Tralala, ich häng schon wieder fest. Geht mir bloß aus dem Weg, geht mir aus dem Weg. Oh, scheiße. Double Kill. Alter. Was ist denn das? Wie viele Gegner wirst du haben? Ja. Das ist schon der Nächste. Der denkt sich das aus. Der ist im Ernst. So, der erfuttert ein bisschen was. Ah. Trinken ist mir der Schlöger zu unsicher. Da vorne sehe ich sehr viel rumdackeln. Oh, nein. Kommst du hier hoch? Oh, du kommst hier hoch. Ja, wie viele? Wow. Oh, was ist das? Ich muss ganz dringend los. Was ist denn hier los? What? Babys? Alles, hier ist alles. Da geht's lang. Ha, 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 ha. Sehr hier hinter mir. Ha, der war. Ha, der war. Was ist denn hier? Wie viele? What the shit? Wie viele sind das? Gönnt euch! Oh, Alter. Mach halt. Wie viele Gegner willst du haben? Ja. Einmal alles, bitte, ey. Wieso denn hier Geld? Okay, jetzt zum Tauchen. Oh, Alter. Wann, die finden wir heute gerade unter Wasser? Okay, ich hinterfrag's gar nicht erst. Alter, viel zu übertrieben, ey. Ach du, ja. Ja, ja, was? Wie viele sind das? Hi, Freunde. Na, wie geht's euch? Kommt doch zu mir ins Wasser. Ja, ihr Vollhorst. Ja, genau, genau. Kommt zu mir ins Wasser. Sehr schön. Na, dann sind wir erstmal schwimmen, wa? Na, kommt. Ja, kommt. Ja, kommt. Ja, kommt. Kommt alles schön ins Wasser. Du, Großer, kannst auch ins Wasser kommen. Ja, kommt mal alle ins Wasser. Jetzt jemand abgesoffen, wa? Ähm. Ich laufe auf dem Grund. Ich backe rum. Ich laufe auf dem Grund. Was? Hi. Ich kann doch, ich kann doch, äh, die abschneiden. Ja, ich kann auch meine Metall gehen. Geil. Das ist gar kein, gar kein Problem hier. Es gibt keine Bugs. Alles gefixt. Oh, 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 oh. Ah, ist abgesoffen. Ha, 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 Opfer. Sehr schön. Ah, ich weiß nicht. I, ah, oh, oh. Das müssen die chinesischen Höhlen sein. Ich weiß nicht, was das für Höhlen sind. Aber sie funktionieren nicht so richtig. weil irgendwie... Ah. Kannst du mal bitte reinkommen? Putt, 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 putt. Ja, komm, komm, da, komm, da rein jetzt. Na, komm. Ich bin gleich hier, du brauchst, du musst einmal hüpfen. Ja, einmal hüpfen und du kriegst mich. Nur hüpfen. Nach vorne, nicht nach hinten. Was? Ah. Ciao. Ich nehme jetzt hier die Granatennummer. Ich habe hier keinen Bock mehr auf Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt ist hier Party angesagt. Ich mache hier keine halben... Nein, Bibis. Oh Gott, Bibis. Ah. Ah. Okay. Ah. Oh nein, Bibis. Au. Ich muss los. Ah, ich muss los. Wir haben sie. Wir haben die Schaufel. Oh mein Gott, wir haben die Schaufel. Abgang. Abgang. Wir haben sie. Wir haben sie. Schalala. Jetzt sackeln wir das. Bibi, sackeln wir nachher. Bibi, geh weg. Bibi, hau ab. Okay, nee, alles gut. Ich konnte nicht mal in Ruhe richtig gucken gerade. Ich kann jetzt auch hier nicht gucken. Okay, wir gehen mal kurz zurück. Oh, was ist denn das hier? Oh, was ist denn das hier? Ist das der Weg zurück? Der Weg zurück? Ich bin reich. Komm ich hier drüber? Ich soll das nicht probieren, oder? Ich gucke mal kurz die Schaufel angucken. Wo ist sie? Da ist sie. Juhu. Okay, nice. Kann ich hier? Hi. Ich muss los. Ist das der Weg? Ist das der Weg? Ja, das ist der Weg, oder? Das ist der. Das ist der falsche Weg. Ich muss in die Richtung. Darf ich mal durch, bitte? Nee, ich muss hier los. Da hinten habe ich Stress. Ich muss hier los. Muss ich ganz dringend los. Ah, ich bin hier. Okay. Das heißt... Ah, wait. Ich komme doch gar nicht zurück. Ich komme doch gar nicht zurück. Da war doch... Hi. Oh, der liegt noch haut. Ciao. Ich bin noch runtergerutscht, diesem einen. Ah. Ah. Aha. Ich sehe schon, wohin das führt. Na, Kollege. Weißt du, worüber ich richtig froh bin? Dass du dich nicht bewegen kannst. Also wenn du dich bewegen könntest, ne? Das wäre halt schon hart hässlich. Ich muss los. Nee, nee, nee. Das catcht mich jetzt nicht. Ich habe gerade die Hölle gesehen. Ich habe gerade zehntausenden Mutanten gegenüber gestanden. Alter. Diese... Nein. Aha. Hey, ich liebe Babys eigentlich. Aber bei denen mache ich eine Ausnahme. Denen mache ich so eine richtige Ausnahme. Einfach rennen. Bitte lass es der Ausgang sein. Und nicht einfach irgendeinen Nebenweg. Bitte lass es den Ausgang sein. Bitte lass es der Ausgang sein. Ah, ich denke schon, oder? Hä? Wo kommen die? Hä? Sie sind doch nicht mehr gerade gespawnt. Am Arsch. Sie sind doch nicht mehr gespawnt. Ja, ja, ja. Krabbelt mir nachher. Ihr kleines Missviecher. Hä? Okay, ich glaube, ich bin richtig. Ich würde mir wieder aus dem Messer nehmen und sagen, ich bin richtig. Geh bloß weg, Junge. Geh bloß weg. Ja, Ausgang. Oh mein Gott. Also ich frage, wie spät ist es draußen? Okay, es ist Tag. Es ist Tag. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Virginia ist sogar bei uns. Ich habe irgendeinen Taucheranzug an. Whatever ich den anhabe. Gab es nicht irgendwo? Wir haben es nicht mehr besucht. Äh, irgendwo. Da. Ähm. Nenne. Hi. Ähm. So ein. Oh, danke schön. Was? Wie, jetzt suchen oder schießen? Was hast du geschossen? Da ist doch gar nichts. Was hast du geschossen? Da hinten. Hinter dir. Ja, 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 ja. Ich sehe schon. Schieß mal. Bist du oder soll ich? Wie mache ich? Hast du den Schwein gehabt? So. Den brauchst du nicht schießen. Der ist tot. Warte mal. Komm mal kurz her. Bitte folge mir. Bitte. Ich bin Hammersen. 17 Uhr. Da würde ich erst mal nach Hause gehen. Glaub ich. Und dann die Shotgun holen. Am nächsten Tag. Oh, lol. Hi. Oh Gott. Ich überlege gerade, wo war das? Wo war diese Jacke? Ich hatte die... Es gibt ja auch Klamotten für die anderen beiden. Aber da habe ich auch nichts gefunden. Wobei ich doch nur eigentlich schon hier und da durchlatsche. Hm. Bei dem Punkt da hinten war ich auch noch nicht, oder? Wo wir müssten halt mal... Also jetzt haben wir ja prinzipiell... Ähm. Bitte was? Was ist das? Warum ist das? Hier. Wo geht das hin? Will ich da rein? Ich will da nicht rein. Wo ist das? Mitten da. Unterhalb dieses Weges. Überhalb von der Wiese. Okay. Die Virginia kommt hinterher. Slow und steady. So. Jetzt erst mal zurück in Sicherheit. Und wenn wir das geschafft haben. Immer kann ich meinen Taucheranzig bitte ablegen. So. Gehen wir dann am nächsten Tag mal so Gräber belündern. Wir machen jetzt das, was Leani immer in Crusader Kings gemacht hat. Wir gehen erst mal Gräber aushelfen. Wie viel Shotgun-Munni habe ich eigentlich? Weil die können wir uns jetzt holen. Die liegen im Grab. Da muss ich gleich mal gucken. Okay. Ich hoffe halt, ich habe nicht irgendwie eine wichtige Zugangskarte oder irgend sowas übersehen. Okay. Da unten ist unsere Zuhause. Wir können da die Seilrutsche nehmen. Die ist ja hier drüben. Zack. Okay. Virginia ist... Komm nicht mit. Ich hätte ja vielleicht auch die Shotgun gerne gegeben. Wobei sie hat die Pistole. Ich würde gerne eine Waffe selber haben. Notfälle. Für Notfälle. Die 3 war glaube ich eh die Dings, ne? Die Taschenlampe. Ja. Dann werde ich die Shotgun auf die 3 legen am besten. Wenn ich sie habe. So. Nach Hause. Okay. Dann gehen wir mal schnell pennen. Calvin rennt hier auch irgendwo rum. Aber die Base wurde noch nicht angegriffen. Ich bin positiv überrascht eigentlich. Sehr positiv. Calvin ist... Was ist mit der Tür schief? Irgendwas stimmt mit der Tür nicht. Oh. Ich ahne warum. Ja. Calvin? Ich fahre einmal hin. Du hast hohe. Ja. Ich esse ja gleich was. Ah. Hi. Ein Stück trinken. Was essen. Was essen. Wobei ich esse glaube ich gleich was richtiges. So. Jetzt haben wir ja einiges aufgeholt. Einiges aufgeholt. Muss ich 20 Rundfisch am Stück essen ist die Frage. Aber. So. Jetzt tun wir hier. Das auf die Neuen legen. Die Schoffel. Wo läuft Virginia hin? Virginia läuft zu der Höhle da hoch. Oh Gott. Dann gehen wir erstmal da rüber. Ich kann übrigens... Blub, ich habe mich übrigens getäuscht. Ich kann überall buddeln. Es geht überall. Es geht nicht nur an den Spots. Es geht überall. Du kannst überall graben. Und du findest dann überall meistens auch immer irgendetwas. Wenn es auch nur Kleinkram ist. Aber du findest immer irgendwas. Eigentlich. Also Knochen oder irgendwas. Was auch ganz cool ist eigentlich. Es war glaube ich auf dem linken, auf der linken Spitze da hinten. Weil da wollte ich halt eigentlich bauen. Weil ich das ganz cool fand. Da hinten die Spitze. Aber. Das war da nichts. Leider. Hier oben war die alte Base. Genau. Wo waren denn noch mehr Gräber? Ich überlege halt wo überall Gräber waren. Wie tief kann man graben? Was sage ich dir, wenn ich Calvin verbuddeln will? Ist noch nicht so weit? Ist noch alles tutti? Und dann habe ich ihn noch sehr gern. Dann können wir halt auch bei dem. Also. Auf jeden Fall. Bei dem. Vorratsding. Äh. Die Tür benutzen. Wenn wir die Karte kriegen. Ich weiß nicht wie viele Karten es gibt. Ich glaube es gibt mehrere als nur eine, ne? Ich frage jetzt welche brauchen wir dann. Hier war ein Grab hier oben. Vielleicht findet man noch so ein Grab so eine Karte. Wobei das glaube ich irgendwie nicht. Das würde nicht passen. Also hier war irgendwo eins. Genau. Hier. Ähm. 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 Okay. Dann gehen wir dort hoch zum nächsten. Aber alles, äh. Alle Gräber die wir jetzt finden können wir jetzt auch ausbuddeln. Ab jetzt wird ausgebuddelt. Kann man sich in den eigenen Keller ausbuddeln. Keine Ahnung. Lol. Wusste nicht, dass die hier ein Dorf haben. Hi. Guten Tag. Ich gucke mich nur um. Ich will nur gucken. Alter, richtig krass gebaut. Ich bin nur, ich bin nur auf Beobachtungstor. Ich will euch nix oder so. Ich, ich gucke nur. Das braucht ihr eh nicht. Ihr braucht keine Silberfolie. Hi. Nicht hier auf eurem Dach. Hoho. Ich würde nicht gehen mit meinem Haus hauen. Das ist nicht okay. Ihr macht nur euer eigenes Haus damit kaputt. Hm. Ihr habt aber nichts anderes. Ah gut. Entschuldigung. Wollt dich stören. Ciao. Ich muss los. Also wobei gekommen. ins Haus. Erstmal alles mitgehen lassen. Dann einfach weitergehen. Das wäre nix. Perfekt. Hoa. Hoa. Hoia. Lass mich alles wegstechen. Schaufel des Todes. Also ich weiß nicht, ob ich Gräber überhaupt sehen würde. Weil die sind halt nicht so krass markiert. Jetzt habe ich halt schon ein bisschen Bock, Progress zu machen eigentlich. Wir müssen mal gucken, wo wir überall jetzt rein können. Und was wir jetzt alles aufbuddeln können. Ich glaube, es gibt auch noch mehr so Luken, die wir aufbuddeln können. Jetzt habe ich mal bei einer Lucke gesehen. Also ich versuche mich eigentlich nicht wirklich sehr zu spoilern, was Sunset of Forest angeht. Ich glaube, in manchen Sachen kommst du drum, wenn irgendwo ein TikTok auf einmal ist und du denkst so, ach scheiße, da kann man nichts ändern. Passiert halt. Aber im Grunde versuche ich mich so wenig wie möglich zu spoten. Was ganz okay funktioniert. Könnte besser sein, aber es geht. Ein Reh. Hallo Reh. Die Reh sind schneller geworden, die kriegt man irgendwie nicht mehr zu Fuß jetzt. So. Früher kannst du in der Herlarat schon mit der Axt draufholzen. Die Zeiten sind vorbei. Das ist nicht mehr möglich. Wir sind gleich wieder 40. Oh, geil. Oh, hi. Schönen guten Tag. Ich wollte nicht stören. Ich will nur hier durch. Ich will keinen Stress. Ich will keinen Ärger. Wir können ruhig weitergehen. Ich bin nur... Oh, hi. Wie viel sind denn das hier? Alter, hier ist noch mehr. Nee, hier ist ein Reh. Hey, geh weg. Ich krieg hier... Ich hab hier Stress. Das ist hier irgendwo, ne? Irgendwo. Ja, irgendwie soll es so sein. Hier. Hi. Ich bin... Ich buddel nur meine Kumpel aus, ja? Was? Wo? Nein. Nimm die Schaufel des Todes. Nimm die Schaufel des Todes. Nimm die Schaufel. Nimm die Schaufel. Ich buddel jetzt den Grab, Junge. Oh, der hat gesessen. Der haut ab. Okay. Nein, nicht das. Hallo, Freund. Hä? Sekunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Drei. Geh, den Aufsatz können wir drauf machen. Zerlegen. Munition einstellen. Flintenlaufgeschosse. Wow. Hä? Ich kann nicht. Hä? Ähm. Ich sehe meine Flinte nicht. Hä? Wieso sehe ich meine Flinte nicht? Wartet mal. Meine Kopfhörer ist abgegangen. Wartet mal. Stopp mal jetzt. Hör mal auf jetzt. Die bewegt sich auch gerade ganz weird. Seitdem ich das einge... Hä? Ja, guck mal, der GPS-Sendor ist auch da. Hä? Die Buddel-Animation war noch nicht fertig. Jetzt ist es Buggy. Oh nein. Okay, wait. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da raus? Ja, der Boden... Ja, okay, warte mal. Ah, guck einer an. Jetzt haben wir das. Hi, ich will was testen. Du bist mein Versuchsobjekt, okay? Okay. Okay. Sorry. Ups. Hoppala. 21 Schuss, 29 Schuss finden. Laufgeschosse. Kugeln. 94 Kugeln, Alter. Ich habe so viele Kugeln, ne? Eigentlich müsste ich... Wenn ich keine Shotgun-Muni mehr habe, muss ich mit... äh... mit Olivia wechseln eigentlich. Äh, Olivia. Olivia. Virginia. Was? Das war nicht er. Das klang hier was Größeres. Hi. Schönen guten Tag. Oh, ich liebe sie. Hi. Na, was geht? Ey. Komm, vom Arm runter. Mach hier nicht diesen, ja? Haha, okay. Ich finde die klasse. Warte, ich finde die super. Die ist der Burner. Hi. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das kannst du knicken. Also kann ich ein Poponee verloren? Ich sollte die Muni nicht verwallern. Aber ist lustig. Ist schon hart lustig. Gerade. Ach, eine schöne Shotgun. Na, 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 na. Die sind alle tot. Ich habe einen Shotgun jetzt. Da hat jemand Schmerzen. Klang jedenfalls so. Oh, ich finde das so witzig. Wieso finde ich das so witzig? Dü, 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 Hase. Flintenlaufgeschoss ist in einzelnen Kugeln. Der Schrot ist halt gestreut. Jetzt habe ich gestreut drin, ne? Ich würde sagen, wir, 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 wir gönnen uns gleich noch was. Wir gehen mal zu diesem Spot da. Ach ne, das bringt ja nichts. Das war, das war nicht der Spot, ne? Das war der, ach, der obere war das mit den Buddeln. Der hier vor uns war das mit dem, mit diesem, ähm, Vorratslager. Das heißt, ich müsste da hochlaufen. Habe ich noch ein Zelt dabei? Ich habe noch einige silberne Zelte dabei. Das heißt, ich könnte theoretisch mal... Ich würde schon gerne mal jetzt ein bisschen Bock... Ich habe schon ein bisschen Bock jetzt was zu erkunden. Ich habe Bock auf Erkunden. Heute ist Erkundungstag. Ich habe jetzt am Collected. Oh, ich habe Seeds Collected. Oh Gott, ja, bitte, danke. Oh, Seeds, mega gut. Okay, ich kriege dann nur Seeds, wenn ich die wirklich aufsammle. Shit. Ich kann auch noch Pilze anbauen. Das wäre irgendwie cool. Oh, shit, das See ist hier, ne? Ah, Kacke. Ne, ah, gut, der ist seitlich. Alles gut. Oh, die haben mir zwei, ähm... Jetzt bin ich auch so runtergehauen. Jetzt bin ich froh, dass ich einen ordentlichen Vorrat an Rüstung dabei habe. Wir können uns für die Tech-Rüstung eigentlich mal vorbereiten. Und die hier selten mal komplett weg sein. Es gibt eine Errungenschaft für die komplette Tech-Rüstung anziehen. Die hätte ich ja auch gerne. Ich hab ne Schottkantra-la-la-la-la-la. Ne Schottkantra-la-la-la-la-la. Ich hätte gerne so ein Fadenkreuz, dass du also Hüfte schießen kannst. Oh, sieht ja schön aus mit dem Berg da hinten. Hat was. Oh, ein Türfchen. Guten Tag. Ich wollte mal vorbeigucken. Was betet ihr da an? Hi. Don't panic. Ich will nur gucken. Ich will nur gucken. Was was kostet. So. Nein. Ja, okay, lieber... Das habt ihr angebetet, ne? Kann ich mich kaputt machen. So. Ich will nicht ihre Häuser zerstören oder so. Ich will einfach nur... Wieso weinst du? Achso, das Schmerzen. Okay, verstehe ich. Auf dem Seil haben die. Verdammt, ich nochmal... Oh, hi. Nein. Aus. Ein Böse. Ich helfe dir. Wirst du dich doch nicht in Sachen ein, die nichts angehen. Also wirklich jetzt. Unerhört. Oh, guck mal. Virginia kommt in unsere Richtung. Oh, das ist ja perfekt. Ah. Ah, Virginia, ne? Du brauchst ne Waffe. Es ist schon richtig so, ne? Aber ich hätte... Ah, die Pistole... Ich meine, Schusswaffen sind schon... Ist schon cool. In nem Spiel. Nicht echt. Achso, ein Reh. Oh, Alter. Ich glaube, es trampelt neben mir her. Oh. Kurz Angst gehabt. Okay. Aber... Wir haben... Außerhalb der Höhle heute noch keine Mutanten gesehen. Gut, wenn wir dann bauen kommen, vielleicht ein paar Mutanten. Oder so. Mal gucken. Wobei ich... Vermute... Also... Vielleicht bleiben sie aus. Ah, ja. Das war hier genau. Da würde ich auch hier ne kleine Speicherung machen, würde ich sagen. Ich fühle mich gerade sehr, sehr mutig jetzt mit der Shotgun. Lass mal irgendwie hier auch so einen kleinen... kleinen Speicherspot machen, oder? Hallo? Gut. Pass rein. Was geht? Hä? 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 Das geht? Ach, krass. Ich kann die erweitern. Aber wie baut sich das dann, wenn ich die erweitere? Gehen wir hier runter. So. So. Hier kann man buddeln. Das ist hier. Das ist hier. Hier ist so ne Luke. Oder? Okay. Hier scheint ne Luke zu sein. Oh Gott. Das war aber ein großer Brocken. Geht nicht. Na? Schönes Stück weg da. Wir haben sie. Ähm. Ich mache erst mal das hier. Okay, Virginia geht wieder nach Norden. Worum immer sie nach Norden geht. Was ist da drin? Main Tense A. Okay. Na? Geh nicht auf. Ich hatte kurz Angst wegen Jumpscare. Ah, ist gut. War kein Jumpscare. Ist aber dunkel. Okay. Oh, das ist halt hier drinne so. Munition collected. Immer gut. Eine Rombo. Was hat der denn doch? Oh, der Ballerina. Süß. Eine Ballerina. Hallo. Ihr seid tot. Das heißt, hier ist irgendwas drin. Hier muss irgendwas drin sein. Babys. Alter, wieso immer Babys? Jetzt hast du den Boss freigelassen. Das wär's. Hier. Die leben noch? Jetzt nicht mehr, oder? Schicht im Schacht? Schicht im Schacht. Oh, Alter. Das ist eine Krütze. Oh, da lebt ein. Nein. Denk nicht mal dran, mich anzuhopsen. Okay. Ich dachte, er hat gematscht. Babys zerstört. Erfolgreich. Okay. Hier ist nix weiter. Ging's aber rein. Plattencover collected. Okay. Bad Pirates. Das ist, was gerade spielt. Ich hoffe, es gibt nicht wieder irgendwelche Probleme mit Copyright, Alter. Oh, Fleisch. Oh, Kornflicks. Glaservisier. Oh, Settelischen. Das war, ich weiß. Das ist, was ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. aus dem von Mr. Puffton ein Bild geklaut. Wie es scheint, kann ich. Ja. Das hab ich voll. Oh, ist ein 3D-Drucker. Geht's irgendwas Neues hier? Nein. Wir können immer so Bild-Tag-Zeugs in Auftrag geben. Karl. Karl was? Karl Plenton. Maintenance. Uh, wir haben eine Karte gekriegt. Nice. Mehr Technik. Das Bild sieht sehr geil aus, irgendwie. Irgendwie hat's was. Ne Katana an der Hand? Ne Katana an der Hand? Ich bin neidisch. Ich hab ne Katana an der Hand. Oh, Batterie ist alle. Ah, wenn ich rechtsklick mach, oder wenn das zu leer wird, dann macht's automatisch, äh... Oh, shit. Okay, wait. Wir bestellen schon mal ein bisschen Tech-Rüstung her. Ich leg die aber noch nicht an. Wir heben die uns auf. Oh, ein Bettchen. Oh, zum Speichern, okay. Blut. Hier ist ein bisschen Blut. Und wieder ein Buch. Sam Sound. Seh doch mal von vorne, bitte. Was stand da jetzt genau? Oh, von wieviel Finger ich habe, Alter. Planet Line. Okay. Ein Anzug. Tuxedo Collected. Hallo. Äh, du siehst nicht mehr gut aus mit drin. Selbstmord, oder? Selbstmord, bevor die ganze Scheiße richtig losgeht hier wahrscheinlich. Okay. So, wir gehen mal schnell raus, bevor hier Musik grad wieder am Rad dreht. Ich hab keinen Bock, dass die Musik am Rad dreht. Ich glaub, das war alles, ne? Eine Keycard und ein Anzug. Nice. Ach, schönen Progress heute. Freu ich mich. Oh, das ist grelle, Alter. Save. Jawohl. Okay, also die Batterien füllen sich automatisch nach, wenn's leer wird. Das ist überaus wichtig zu wissen. So, wohnen jetzt. Regina läuft hier um den See rum. Da oben waren wir. Da, äh, war ich auch. Weil, jetzt hab ich ja die Keycard, ne? Könnte ich jetzt vielleicht dorthin? Wir haben ja noch so einen anderen Spot, ne? Warte mal. Da hinten, guck mal, ganz dahinten blinkt noch was. Gehen wir erstmal auch da hin, würde ich sagen, oder? Siehst du, wir müssen erstmal, äh, zu unserer, äh, zu unserer, zu der anderen Höhle, dort, wo wir abgestürzt sind. Okay, und dann immer da weiter vorbei. Hier ist Virginia. Da oben irgendwo steht sie. Lol, das ist doch der... Warte mal, ist das der Wasserfall aus dem Intro? Wo sie, wo sie, äh, sich gewaschen hat, quasi? Das ist der, ne? Ist der das? Nee, oder? Wobei, doch, oder? Nee, nee, da war, nee, da war ein Fluss. Da war kein See, dann, oder? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Virginia, kannst du bitte wieder mitkommen? Oh, das ist so doof, wenn du... Ah ja, du hast nicht wieder was gefangen und wirst es mir geben. Dann, dann, dann kriegt das richtig KI nicht gebacken, wenn sie irgendwas hat. Sie will mir was zeigen. Ja. Ich muss nur ganz kurz. Wohin wirst du rennen? Willst du mir jetzt den Dude zeigen, der da an dem Seil hängt? Alter, wie schnell ist sie auf einmal? Oh, warte, warte, warte. Nicht so schnell, Virginia, bitte. Rennt sie da hin? Wo der Typ hängt? Nee. Nee, ah, lol, sie rennt da hin. Wo wir die Axt damals gefunden haben. Ah. Okay, das ist aber trotzdem schon mal ganz gut. Da gibt's nochmal Loot. Einmal looten, bitte. Was, was, was? Oh, lol. Oh, lol. Ich liebe die Shotgun. Die kann ich dir leider nicht geben. Die kann ich dir leider nicht geben. Hä? Soll ich nochmal folgen? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo soll ich jetzt folgen? Junge, bitte. Bitte. Shut up. Genau, der Typ hat ja die Axt, äh, in sich stecken. Das geht nicht. Da hab ich voll. Äh, hab ich auch voll. Was haben wir hier? Uh, Granady. War das ein Riegel? Ach, guck mal, Riegel gönnen wir uns. Virginia, wo rennst du hin? Kannst du bitte wieder mitkommen? Wobei, ich will ja jetzt eh noch woanders hin. Also, ja gut. Gerade passt das schon. Kann ich? Ist für eine gute Idee, aus dem See zu trinken. Richtig geile Idee. Es gab einen Trick. Ich will auch Virginia quasi immer wieder mit zurückbringen. Aber ich weiß den nicht mehr so richtig. Da muss ich aber, glaub ich, irgendwas in den Einstellungen auch machen. Ich kann ja mal kurz, äh, ihr die Waffe nochmal wegnehmen und geben. Der Trick hat ja öfters mal geklappt. Halt. Nee, das kann ich nicht. Ich, ich weiß, es geht, aber. Ja, ist super, ich weiß. Kannst du mir folgen, bitte? Ja, es geht. Okay, dann bringe ich sie erstmal nach Hause, glaub ich, und speichere da nochmal. Ist ja eh 16 Uhr, dann passt das schon. Ja, ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Es hat funktioniert. Okay, der Trick funktioniert. Dann weiß die KI so ein bisschen so, okay. Der Spieler braucht den Companion jetzt, aber der muss mit. Das ist schön, dass das so funktioniert. Sie teleportiert sich dann halt immer noch raus aus unserer Base, das ist halt immer doof. Oh, oh. Sie ist schnell, sie ist schnell. Ich will nicht, dass sie wieder anhält. So, weiter rennen. Rennen wir, Virginia, wir haben noch ein Stück. Und dann gehen wir nach links rüber. Da gab es halt irgendwo, gab es noch diese Wärmeklamotten, oder sind das die, die ich im Inventar habe? Ich bin gerade so unsicher, ob das die sind. Jetzt rennt sie nämlich schon nicht mehr, weil sie mich eingeholt hat, oder? Rennt sie wieder? Ja, aber nein, sie schießt. Und sie rennt. Ah. Alles klar. Sie ist ja im Rennen. La, 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 la. Aus dem Weg. Ich habe keine Zeit. Ich muss Virginia nach Hause führen. Ja, noch die Shotgun gibt es, ne? Ich glaube, ich würde ihr dann die Waffen geben, wenn ich keine Muni mehr habe. Wenn ich sage, oh, ich habe keine Muni mehr, dann gebe ich die ihr. Ich denke, das ist ein guter, oh, scheiße. Guter Plan. So ein Lager so richtig nah bei mir, finde ich echt sehr ungeil. Ähm, Aluvera. Das ist echt so ein Lager so nah bei mir, finde ich ungeil. Freunde, wir müssen kurz mal drüber reden. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Nee, habe ich gerade spontan das, das ist so. Aua. Dumme. Lass es. Als ob es dir wirklich leicht täte. So. Okay. So. Wir zerstören hier alles. Das kann ich so dicht an meinem anderen Base nicht drüben. Das geht nicht. Das ist mir, lau, leider schmerzlos für den Must geworden. Kannst du mal essen, Junge? Oh, er hat geblockt, hat er. Ja, schieß drauf. Schieß. Aua. Oh, hat denn gerade schon jemand geheult. Da. Schmeiß deinem Kollegen jetzt wieder, ja. Ey. Ich habe mir das gegeben. Das hat er nicht überlebt, oder? Nein, okay. Ich wollte sagen, das wäre jetzt so weird gewesen, wenn er das überlebt hätte. Wohin? Nein. Oh nein, du isst doch. Oh nein. Lucia, nein. Nein, nein, nicht den ersten. Du weißt nicht, wo der gelegen hat. Kommt sie? Lucia. Dahin kannst du dich bitte waschen gehen. Ich glaube, sie will sich auch gerade waschen gehen. Ich glaube, auch dahin ist sie auf dem Weg gerade. So, kurz warten. Ja, komm mal mit. Ich glaube, sie folgt mir, oder? Ja, 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 ja. Das hat funktioniert. Der Trick ist gar nicht so schlecht. So, wir bringen sie erst mal nach Hause. Ich speichere nochmal zu Hause, dass wir es alles geschafft haben. Und gehen wir mal in die andere Dings da rein. Davon läuft einer. Das ist der Typ, der gerade abgehauen ist, oder? Juckt ihn schon nicht mehr, dass seine ganzen Kumpels tot sind. Toll. Richtig toll. Ich suche sie jetzt. Virginia. Virginia. Vielleicht baut die gerade den Typen da oben weg. Kann auch sein. Was würdest du denn hinkriegen? Ich habe volles Vertrauen in Virginia. Patsch. So. Kevin. Wir da. Was der Virginia hier rein kann, mache ich ihr das mal auf. Virginia. Ah. Komm mal rein jetzt. Komm. Wir bauen ja noch ein bisschen bestimmt. Das ist nicht rein, das ist raus. Ach, Virgi. Okay, sie muss sich, ja, sie geht bestimmt sich waschen. Okay, wir essen und trinken. Was gibt's? Gibt's mehr zu tun? Also, das war erst das Gebiet. Also, sie schießt schon wieder auf irgendwas. Okay, wir haben eine Karte, aber das ist schon mal ganz cool. Jetzt sind die Frage, ob das Bild das ist oder nicht. ist fertig. Ist fertig. Mach eine Pause. Wenn sie drin ist, können wir das zumachen erstmal. So. Genau. Mach eine Pause. Im Regen draußen sitzen. Klar, warum nicht? Ähm, Hunger. Hunger. Wollen wir mal, haben wir rohen Fisch? Können wir 20 rohen Fisch essen und so? Oh, ja. Hä, wie verrottet der Fisch. Wie kann denn der Fisch verrotten? Wenn er noch lebt. Hä, was? Das ist alles verrotteter Fisch. Können die auch zu lange da drin sein? Ganz toll. Ähm. Dann. Wo habe ich das Fleisch überhaupt her? Warte, jetzt will ich das wissen. Der Opfer ist, oder? Dann mache ich das nicht speichern. Okay. Okay. So, Rüstung an. Sieht aber alles in allem echt gut gerade aus, ne? Wir haben quasi alles... Also, fast alles, aber uns geht's nicht. Echt super eigentlich. So, einmal saven. Warte mal, kann ich Calvin? Warte mal, warte mal. Calvin? Kannst du den Einzug tragen? Hallo, Calvin? Schick, schick. Calvin im Einzug. Ich glaube, 10 Platinen. Da müssen wir welche ablegen eigentlich, ne? Platinen habe ich halt viel zu viele. Ich muss dann auch mal richtig sortieren hier. So, Vodka. Ähm. Batterien habe ich auch noch auf Vorrat. Food. Haben wir noch irgendwas, was voll war? Wir fahren so. Ja, Ani. Hi. Hi, hi. Aloha. Eine schöne Begrüßung. Fühl mir sich als ob meine Tropen wäre. Ähm. Dann können wir eigentlich mal gucken gehen, würde ich sagen, ne? Irgendwas wollte ich gerade noch gucken. Irgendwas war gerade noch. Irgendwas war noch. Ich weiß nicht mehr was. Okay, dann war es nicht wichtig. Zack. Calvin im Anzug. Schick, schick. Okay. Ach so, warte mal, ich wollte noch gucken, ob ich jetzt da rankomme. Guck ich da rum? Kannst du mal das Licht ändern hier? Ich suche. Ich suche. Ja, das. Liane, wie geht's dir alles gut bei dir? Okay. Dann gehen wir jetzt in die andere Höhle. Oh, wait a minute. Mir fällt gerade ein, dort wo der 3D-Drucker ist, ne? Gleich hier oben. Da ging's doch auch noch weiter. Wo ist denn jetzt eigentlich die Karte? Ah, hier ist die Wartungsschlüsselkarte. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob das hier geht. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob das... Och, nö. Hi. Hier vorne bei dem 3D-Drucker. Da gab's noch eine Tür. Mal gucken, ob die Karte dafür geht. Wenn sie sich gut hat, mich am Wochenende nur so verlegen, dass mein Schulterblatt bei jedem wegen wehtut. Ah, scheiße. Dann beweg dich nicht. Dann einfach nicht bewegen. Das ist wahrscheinlich der beste Rat überhaupt. Da, 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 da. Alter, das Gewitter. Gewitter. Das trinken könnte ich aber trotzdem auch nochmal dann. So, hier irgendwo geht es rein. Hier. Let's go. Mal gucken, ob die Tür da jetzt aufgeht. Warte, ich kenne den Weg, ich kenne den Weg. Achso, und das brauche ich auch nicht mehr. So. Ist das der Weg, ist die Frage. Oder nicht. Die Frage ist, wo ist eigentlich der Boss? Ah, ist das helle, Alter. Hier ist die Tür gewesen. Ist das die richtige Karte für diese Tür? Oh, scheiße, das ist die Karte. Fuck, ich hab gehofft, dass es nicht die Karte ist. Es ist die Karte. Shit, ich hab gehofft, dass es nicht die Karte ist. Es ist die Karte. Verdammig. Jo, fängt schon geil an. Da ist schon der Erste. Alles klar. Vision, ähnliche Flintenlaufgeschosse. Wir machen ja erstmal den Weg. Wir gucken mal, wie die Shotgun gegen die Mutanten wirkt. Ey. Oh. Das hat gesessen. Alter, wie viel das ist, ey, komm. Okay, die mach ich so. Zwei Schüsse bei den Großen? Nice. Eigentlich nice. Da ist nicht Flintenlaufgeschossen, aber da hab ich auch noch ziemlich viele. Was war das für ein Geräusch? Okay, hier haben wir ein Fitnessstudio. Ganz da hinten. Die gute Fingerhaut. So. Das Ding ist so. Das Ding ist so vielen Ebenen eklig und falsch und äh. Kann ich bitte die Haut von dem Blinden auch noch regen? Danke. So, gucken wir uns erstmal um. Was haben wir denn hier so alles? Bin heute echt mutig unterwegs auch, ne? So. Wie immer da? Eigentlich bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ein Energy. Beim Training. Einer ist da abgehauen. Das ist ja das Schreit nach Bossraum, ne? Dahinten ist doch auch was. Das sind Babys. Geh die Tür zu, wenn ich reingehe? Die kann nicht zugehen. Die kann nicht zugehen. Aber irgendwas kam aus dem Wasser raus. Wenn das der Bossraum ist, ne? Ich schreie. Ich kann ja nirgendwo speichern, ne? Scheiße. Komm. Ich bin mutig, habe ich gesagt. Zwei Babys am Ende des Weges. Okay. Das soll schon schief gehen. Hi. Alter. Diese kleinen Missviecher. Wasser. Ich will nicht wissen, was diesen Schleim verursacht. Sind das nicht aber eigentlich diese Fingerdinger? Alter. Alter. Warum denn? Ah, da haben wir den einen, der ausgerissen ist. Da stehen, Junge. Geh mir den Haut. Ich will sie tragen. Oh, ein bisschen Münzgeld. Eine Energy. Wenn ich eine Energy kippen, wir uns gleich rein. Und für morgen hätte ich gerne noch eine Energy. Das wäre irgendwie geil. Ich muss mal gucken. Vielleicht laufe ich morgen mal in die Stadt oder so. Wenn es nicht gerade regnet. Ohne Ende. Oh ja, Tücher. Oh, Tücher brauche ich auch. Das ist echt gut. Aber kannst du nicht genug haben. Noch eine Energy. Komm. Dritte Energy heute. Was ist das denn? Trainingsanzug collected. Ach, geil. Okay, cool. Hat sich schon gelohnt. Wir haben einen Trainingsanzug. Mega nice. Da ist noch ein Finger. Ein Fingy. Ist tot? Ist tot. Oh, es klingelt. Ähm. Okay, jetzt ist aber schon zu spät. Hätte ich gleich aufspringen sollen. Wer was will, ruft nochmal an. So. Boop. Boop. Well. Was? Ui. Was weh? Wer war das? Ach, kacke, Alter. Das sind diese. Diese Krabbler. One Hit. Oh mein Gott. Ich liebe es. Dieser Schrottgun ist einfach so geil. Das gibt es nicht. Jetzt kriege ich eine Nachricht auf Sandy. Guck einer an. Ne, doch nicht. Okay. Dann weiß ich nicht, wer es war. I don't know. Tuch. Sehr schön. Oh, oh. Sind das diese, ähm. Oh Gott, wie heißen die? Die haben einen speziellen Namen. Diese Reizkapseln. Da hätte ich auch Bock drauf, ne? Auf sowas. Das ist irgendwie, also wenn ich das, also diese Kapseln, das ist halt, da ist ein sehr salzhaltiges Wasser drin. Du legst dich da rein und aufgrund des hohen Salzgehalts treibst du da drin. Also du berührst den Boden eigentlich nicht. Wenn du einfach nur still da liegst, treibst du in dem Wasser. Und dann wird das zugemacht. Da drinne gibt es nichts. Keine Geräusche. Es ist dunkel. Es gibt kein Licht. Es ist immer nur dunkel. Und du hörst nichts. Und du treibst nur so dahin in dieser endlosen Schwärze. Das kann einem Angst machen. Gibt dann, glaube ich, auch immer diesen Notfallknopf. Ähm. Und du treibst quasi nur in dieser endlosen Schwärze dahin. Wenn die da so einen Sternenhimmel oder sowas reinmachen, ne? Du schwebst einfach durchs Universum die ganze Zeit. Boah, Alter. Ich würde jede Woche einmal da reingehen, die Dinger. Das wäre halt schon... Das würde ich mal ausprobieren wollen. Es gibt viele, die sagen, das ist die pure Entspannung. Andere kriegen Panik. Auch verständlich. Irgendwo. Ich finde die cool. Hier ist überall Blut und hier geht es weiter. Fängt ja super an, Freunde. Wenn der Boss jetzt hier irgendwo aufkreuzt, ne? Riesenhalle. Geil. Oh weh, das ist ein Bossraum, Alter. Oh weh, das ist ein Bossraum. Oh weh, ich habe keinen Bock auf Bossraum. Please, no. Bitte kein Bossraum. Alles nur, kein Bossraum. Schalalalala. Schalalalala. Das ist die tollste Aussicht ever. Steine. Geil. Hoa. Hoa. Taschenlampe macht sich automatisch. Ready? Wieder? Bitte? Jetzt? Ich kann die eigentlich ausmachen, ne? Kann ich R drücken? Ne. Ich glaube, die geht automatisch. Also vor uns ging sie auch automatisch. Dann irgendwann. Ich würde die aber, glaube ich, da erstmal weglegen. Alter. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Okay, das ist schon sehr geil. Ich möchte bitte auch einmal hier hin. Äh, mal zwei Wochen komplett raus. Einfach, einfach weg. Okay, das blutet jetzt nicht. Also nicht hier hin, aber... So was. Ah, okay, das geht automatisch, wenn es zu leer wird. Alles klar. Gut zu wissen. Ist hier noch irgendwo was? Oh, nice. Oh, das ist ein Zettel. Also quasi alles, äh, also nix zurücklassen mäßig, nix digitales zurücklassen. Okay. Ja gut, der Ort ist geheim. Hier ist noch eine Tür. Geht die auf? Ja, geht sie. Ich weiß auch nicht, ob ich da rein kann. Ich gehe erstmal in den Hauptgang weiter, glaube ich. Ist hier drin noch irgendwas? Oh, ja, Stoff. Oh. Hi. Die Typen, die hier rumliegen, sind irgendwie alle gleich aus. Muss eine echt große Familie gewesen sein. Alles hier, Schwester. Hallo. Hallo. Wie? Warte mal, das ist eine Nahkampfwaffe? Ach komm. Nein, verarsch mich nicht. Das ist eine Nahkampfwaffe? Wie geil ist das denn? Alles klar. Ich weiß nicht, was wir jetzt kämpfen. Alles klar. Habe ich Bock drauf. Wo ist eine Vodka? Nehmen wir noch mit. So. Heute war ein guter Tag. Zweifel ich. Alter Verwalter. Junge, du brauchst die Kohle nicht mehr, ne? Wenn ich von der Insel runterkomme. Der hat das Gitarrenspiel gelebt. Oh, hier ist noch mal Geld. Oh, Geld, 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 Geld. Errungenschaft freig ist halt ein 1%. 1000 Dollar. Alles klar. Ich habe in unserem 1000 Dollar eingesammelt. Das kann ich von der Insel wieder runter. Das kann ich von der Insel wieder runterkommt. Wie ist die Keycard? Arnold irgendwas? Arnold Grand. Alles klar. Hat die auf den Tisch getanzt für die? Na, Mahlzeit. Bisschen offen dafür, aber okay. Gönnt euch, Freunde, gönnt euch. Guck ich da hin rein? Da soll man nicht rein, oder? Ich würde gerne speichern. Ich würde allgemein gerne gerade irgendwie mal speichern. Hör mal hier irgendwie, äh, ein kleines... Kann man hier ein Save machen? Okay, wir können ein Save machen, oh shit. Doch, kann ich. Doch, doch, doch. Nice. Es ist halt überall gehe, das ist halt echt gut. So, wait a minute. Wir speichern das Ganze mal eben. Okay. Okay, okay. Komme ich da rein? Kann ich mich da irgendwie... Geht das da? Ich höre hier halt irgendwo noch... Warte mal, ich habe hier gerade eine Locke. Die irgendwie mit meiner Brille festhängt. So. Ich höre halt hier noch irgendwie Geräusche. Okay, nee. Hier kommt man nicht rein. Dieses neue Zelt speichern. Okay, ja, das ist halt echt gut. Okay, hier soll man nicht rein. Da soll man nicht rein. Jetzt würde ich da aber gerne rein. Und reinbacken? Eine Animation reinbacken, oder so? Scheiße. nur gewusst wie ich nehme mal das hier auf jeden Fall, dass ich euch die Welt falle ich habe gespeichert hä, wieso gibt es aber, wieso ist das hier eingeräumt, wenn man hier eh nicht rein also hä ist das das ist schon für später, oder? das ist für später, ich bin, ich soll noch nicht hier sein das ist das safe für später ja, 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 ja das ist irgendwas für später, ich soll noch nicht hier sein sorry mein Fehler kann ich ey, ich mag das Game einfach damit kann man sich auch schön in irgendwelche Ecken cheaten ich mag es warum nicht okay so okay, let's go gehen wir weiter achso, hier war noch eine Tür kann ich da rein? kann ich? mit? oh, mit der, die wir hier gefunden haben, okay gib an eye on Jai was? Jan he may be working for Sahara Sahara? no ooooh boah schön schönes Hintergrundbild last will and testament of Edward Pafton the father I have to following living child Virginia Pafton of children using will only includes the above living yes children so I I have to Virginia Pafton I have to say shh 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 shell Irgendwas 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 Nie In my entire estate of je, wie Kohle hat der? 578 Milliarden 534 Millionen 627.000 Dollar Virginia hat Kohle Virginia hat Virginia hat Ex vielleicht lebt der Vater dann hat Virginia die Kohle nicht hm ist aber ein bisschen creepy wieso ist das eingekreist also wieso ist in diesem Hinterraum warum ist das auf einem Zettel in so einem Hinterraum wo halt der Name Virginia eingekreist ist und halt die Summe die sie bekommt wenn der Vater stirbt wir sind reich sind wir nicht dafür müssen wir Virginia erstmal anbaggern damit wir reich sind irgendwann aber ich weiß noch nicht geht hier eigentlich was oh hier kann ich öffnen welche wää 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 ha 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 schönen guten Tag ich muss mal hier durch alter steh die einfach hinter der Türe was ist schief bei euch oh oh Gott oh Gott oh Gott mein Gott kann ich eigentlich noch mehr Mutantenhaut mitnehmen kann ich die mitnehmen es ist ja immer noch die Frage was ist hier eigentlich passiert also warum warum sind die alle gleich aus warum ja alter wieso ist hier so kom wieso ist das hier so komisch wieso wieso ist doch nicht hier ein Boss oder sowas hier ist komisch ne warte mal ich mache das mal ein bisschen lauter aber ich habe das Gefühl die Schritte und so hört man gar nicht oder hört man die ein bisschen ne Zettel here is another one artifact two lol das ist schon wieder so ein Artefakt ding warte mal diese Artefakte ne sowohl das also kann ich das irgendwie achso sowohl das aus dem ersten Teil hier geht es irgendwie mit dem Cube irgendwas anscheinend auch noch so Platten Artefakt Platten sei aus wie eine Platte gerade auf dem Bild das sieht aber alles was es jetzt ist diesem Erz gemacht was die hier versucht haben abzubauen irgendwie sieht es so aus hä hä ich höre was ich höre was atmen hä okay BBs aber ich höre was atmen hängt der Typ irgendwie hinter der Wand fest irgendwie klingt das so hinter der Wand ich habe ne Kettensäge darf ich anmerken ich habe eine Kettensäge hm was ist das hier cool fix oh wie toll okay wir haben ne Kettensäge okay heute ist Progress Tag heute läuft das aber richtig verdammt ich nochmal okay dann haben wir hier eigentlich alles oder ne hier noch hier noch oh ne alter was war das okay wo geht es jetzt hier hin ist die Frage okay Sackgasse ne ne war meint doch keine Sackgasse oh nein alter ich will keinen Speicher und kann ich einmal irgendwie speichern wir speichern mal eben das wirkt schon wieder irgendwie sehr schwierig aber ist das riesig hier unten ey holy ist das riesig so zack ich finde so cool im Multiplayer dass man halt sieht wenn man das aufbaut der andere Spieler dann so das ist auch sehr geil gemacht okay wir können angeblich pennen okay let's go ich esse mal kurz noch was essen wir denn können wir essen wir können jetzt mal so ne Dose die Dosen geben übelst viel Essen wieder das ist mega gut die machen dich fast komplett voll wenn du leer bist zack bam easy so was ist jetzt mit einer Höhle wieso Höhle hier sieht ja dieses Erz überall ne ist das ein Rundgang hä ist das der selbe Weg oder ja okay vielleicht kommen wir jetzt irgendwo raus dann oder hier ist noch irgendwas aber gespeichert komm wahrscheinlich ist der Ausgang ne ja warte mal ich konnte pennen ne oh ne es ist noch Tag wo zum Geier bin ich oh lol ich bin also bin durch quasi okay das ist schon nice okay Virginia läuft wieder komplett weg sie läuft um zu diesem See läuft sie die ganze Zeit okay dann würde ich sagen gehen wir mal weiter oder wir haben ja noch hier drüben eines haben wir noch hier drüben da oben ist noch so ein Spot da müssen wir noch hin da waren wir noch nicht war das Virginia vielleicht das glaube ich aber nicht war Virginia hat die das gemacht im Endeffekt um die Kohle zu kriegen weil ich das halt irgendwie nicht glaube sie gut man kennt sie halt nicht ne aber ich will das nicht glauben dass sie da irgendwie was mit zu tun hat will ich halt eigentlich nicht glauben dass sie damit was zu tun hat weil sie ist schon immer so lieb so kann man sich täuschen ne hm hm das sieht das war wegen der Kohle war auch meine Idee vorhin das Ding ist ja gut vielleicht wollte sie nicht mehr warten dass der Vater stirbt und dachte so ich beschleunige das mal aber oh da ist ein da ist ein Blinder am Tag draußen oh Gott aller Reh ah hier ist der Heliabsturz gewesen aber aber macht es Sinn dass sie das also wenn sie nicht mehr warten wollte bis der Vater stirbt okay aber es scheint ja irgendwie schief gegangen zu sein weil sie hat drei Beine und drei Arme das war bestimmt in ihrem Plan wenn dann denn schon nicht so weiß ich nicht ob das Sinn macht dass sie das gewesen wäre was war das was was ach nö nein links oder rechts wo läufst du lang shit ah ich hab die Schrot wieder drin ah ich hab die Schrot wieder drin das wollte ich nicht scheiße ach so kann ich eh nicht mitnehmen alles mal gucken was bei dem Iron Spot ist die zwei Höhlen da oben da waren wir noch nicht drin das ist die Frage ob wir da jetzt rein wollen ich hab grad Bock auf erkunden muss ich sagen das macht grad richtig Laune hey lol Virginia ist zu uns teleportiert alles klar wir gehen erstmal zu dem rechten See gucken ob da was ist am See ja so in etwa oh scheiße das sind alles voller Mutanten das sind drei Finger die haben die die Dudes vertrieben oh scheiße oh scheiße oh scheiße und es wird Nacht oh kacke Justin that's a problem oh ich hab keinen Bock dass nachts dann hier irgendwie Party ist wenn ich hier versuche zu pennen kacke das ist wie zu nah aber lass mal schnell hier oben pennen wir pennen mal hier oben geht das ja schnell schnell ich find das Prinzip aber cool das tut oh warte ich lese gleich schluck so ähm was ist aber cool dass du mit dem Erkunden der Höhlen die Mutanten frei ja das find ich auch cool und dass die dass die Eingeborenen halt auch die Mutanten versuchen halt einzufangen und aufzuhalten einfach dass die halt auch nicht gut mit denen sind das find ich schon auch sehr der See ist auch schön irgendwie das find ich schon echt cool gemacht muss ich sagen die See nur ein bisschen abklappern da oben sind halt auch noch mal Höhlen da war ich auch noch gar nicht drin ich will aber erstmal zu dem Blinky Ding da gehen wir waren ja schon mal in der Richtung unterwegs ich weiß nicht ob wir da waren wir haben auch den Trainingsanzug ne der Wasserfall ist auch hübsch ey oh der ist auch hübsch der Wasserfall ne oh no da ist noch was ach schon da oben stand die Särge drauf da waren wir mal oder sorry oh Pizza Pizza hä Winterjacke du kannst nicht mehr Winterjacke tragen aber aber ja bitte da hinten na toll ich werde nämlich mit das mal okay Münzen nehme ich immer mit so jetzt laufe wir mal straight in die Richtung wo das ist Rücksichts können wir die zwei Höhlen mitnehmen warte mal Lachsbären schade dass man die Höhlen nicht wieder verbrekadieren kann nachdem man die Mutanten nicht rauskommt das wäre auch cool wenn da sowas gänge super und kann man sie ja wieder mit neuen Bausystem aber ich vermute mal die spawnen ja ne die spawnen dann trotzdem das ist halt nur ähm ab dem Punkt wenn du das wenn du soweit bist die Höhlen zu gehen ab dann spawnen die halt die Blumen sind voll hübsch die Blumen sind voll hübsch ich finde noch ein paar Gräber oder sowas wenn ich irgendwie rumgelatscht bin habe ich immer Gräber gefunden aber seitdem ich die Schaufel habe finde ich die nicht mehr klassischer Vorführeffekt Elch ich will gerne meine Elch erjagen aber ich bin fürchter ich kriege auf den Deckel wenn ich das versuche und essen wir auch noch ganz gut und was trinken wenn ihr irgendwo Gräber im Wald seht sagt bitte Bescheid folgt er mir? ne da ist ein Dorf aber aber dieses eine Dorf gerade irgendwo wo wir vorbeigelaufen sind da waren Mutanten drin da waren keine Leute mehr drin also die wurden übernommen Urana werden collected ich hätte gerne Seeds Freunde Seeds oh Alter ja hello there Marco hi schön dass du da bist halt die Fresse zieh dir was an bin hier auf Twitch so bitte so bitte so bitte so bitte so bitte wegen dem Erschrecken jetzt oder was oder wegen warte das XD oh warte mal die Seilen nehme ich mit okay hier können wir auch wieder buddeln da buddeln wir uns runter eh 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 okay hier können wir buddeln ich würde was ist das ein Po drohen alles da ein Arscht drohen kann ich die kaputt machen ich fühle mich sehr unwohl dabei ich fühle mich sehr seltsam dabei mhm ja nicht so okay dann kommen wir hier wieder eine Luke okay noch eine Luke gab es nicht noch eine bessere Schauf äh Achse eine Feuerwehr Achse gab es doch auch wo ist die denn eigentlich ich sehe hier drin so aufbuddeln aufbuddeln Marco wie geht es dir alles gut bei dir hast du eventuell später Lust ich würde gerne einen Truck fahren aber wird eventuell schwierig nach dem gestrigen Problem nehmen oder Snowrunner jetzt buddeln doch komm mach wo ihr wieder eine Truppe ankommt dreh ah jetzt gut was haben wir hier ich hätte speichern sollen ne scheiße maintenance B alles klar läuft hier einer da läuft jemand oder mach auf das Ding ich bin jetzt mir angst wenn das Ding aufreißen so ein Jumpscare kommt na toll endlos langer Gang klingt super ich trinke und esse erst mal was trinke und esse ok ich trinke den Braten hier sowieso nicht so jetzt ist besser der Tag wollte einfach nicht rüber gehen die Frage ist wann du das starten wirst ich weiß echt sagt nicht ich weiß echt noch nicht keine Ahnung es hängt an der Lust und Laune Zahnarztermin wurde between verschoben Marco ich wurde angerufen ob wir uns mal verschieben könnten fühlt sich dann sehr mähe an war so vorbereitet und im Endeffekt nichts jetzt wie soll man die Waffe annehmen aufgeschoben ist nicht aufgehoben das stimmt neuer Termin ist am vierten vierten toll wäre es irgendwas akutes hätte ich jetzt akut schmerzen ne also oh wir haben wir wieder wir haben wir wieder ein Schalter für die Pistole ok ein Schalter für die Pistole ist schon ein bisschen geil ähm kann ich das Tech-Mac überhaupt jetzt mitnehmen ne kann ich nicht scheiße Mist Mist jetzt hab ich hier zwei Tech-Rüstungs-Dinger ne ne eine nein ich hab die eine angezogen ach scheiße aha ich wollte halt das das Zeugs mitnehmen egal egal können wir mal speichern jetzt hab ich jetzt Efrat vergessen oben jawohl Tabletten Tabletten uuuuh hallo Kompositbogen wo ist er welche Nummer 4 ich muss mal die Kettensäge oh der hat die Kettensäge Kettensäge oh yeah Kettensäge ok ich kann auch die selbst kann ich auch die selbst gekrafteten Pfeile ja kann ich gut ok äh mehr war hier nicht gar nicht absolut nichts nur 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 der Bogen das ist jetzt aber nicht viel nur der Bogen gab es hier echt nichts mehr ne es wirkt nicht so es wäre jetzt hier noch krass viel mehr hier war halt auch so wenig irgendwie ne hier ist hier ist zwar Blut aber hier ist nichts keine Viecher kein nichts wirkt zu wenig irgendwie ist ja wohl kein weiterer Gang immerhin haben was wie sieht mit der Hand aus alles die Rüstung oder was wie sieht das aus bitte ok sehe ich das nicht was was oh scheiße erst mal muss der Rote weg genau so so jetzt testen wir nein nein ich wollte das testen der nur den Bogen jetzt warte mal stehen jetzt rennt der weg ähm haben wir hier noch irgendwas das sah schmerzhaft aus gut dann würde ich sagen gehen wir oder wir gehen hier in die Höhlen oder gehen wir in die Höhle gucken Lachsfinger kann ich mal aufsammeln shit so auf zur Höhle 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 uh was ist das da ein Flugzeug mit hallo ein Flugzeug mit Landeplatz mit Landebahn okay hier war eine richtige Landebahn cool soll ich mit dem Bogen versuchen einen Elch zu erlegen schon Bock drauf nie einen Elch erlegt okay Haufen Koffer holo springs bei der schaufel haben wir das doch gesehen dieses bild der schaufel also die schrotze aus dem drucker nee die habe ich gefunden die habe ich aus dem grab ich habe gleich noch ausgebuddelt die eine gleiche hat gesagt hier nimm habe ich noch brauche ich nicht was habe ich jetzt aufgesammelt Leder was Leder was Leder was habe ich aufgesammelt Leder Jacke cool Elch ich würde es mal probieren bitte sein mir nicht böse ich will ich will mal gucken was der Elch bringt mein erster Elch mein einziger Elch okay Rehaut gibt der Elch interessant also okay ich habe den zon der götter auf mich gezogen klebe ich habe klebeband voll oh gott wie geht das ist das nicht möglich ich habe alles schon wieder voll boxen aber hier so auf so einer landepiste hier sich so zubauen wäre auch irgendwie geil ey überall Kisten ich habe alles voll shit wie viele ohren habe ich eigentlich nice ich brauche 50 ohren die ist glaube ich eine Erung geschafft oh da haben wieder Freunde dein Besuch hi hast du gut gemacht jetzt nicht mehr so eine habe ich getötet die andere verletzt ich hoffe sie lassen mich jetzt in Ruhe das war in der leere jetzt okay besser ist deine Kumpel haben gelernt du nicht oh er ist verzwillt man wo kommt die alle her was was hi wo kommt die alle her ich gehe einfach komm wir gehen einfach wo war die Hülle die war da drüben weil ich will mal gucken was am Ende des Landefels ist da ich habe verfolgt ganz geil was absolut nichts okay wenn jemand in die Hülle da gehen ja ist ja gut du erschreckst mich nicht damit hi vorbeigehen kurz mit der Axt durch den Kopf oh Gott einmal vor kurzem durch den Kopf gezogen mit der Axt im vorbeigehen sehr schön das sind sogar die letzten beiden Höhlen ne doch ne auf der anderen Seite der Insel gibt es noch welche da war ich ach hi alles gut nein ist mein Stein hier sind echt viele gerade gefällt mir nicht so sehr muss ich sagen wo ist die Höhle sollte irgendwie hier sein aber ich sage mal hier so ein Speicher äh Seltchen hin hallo hä hä ah hier ah jetzt speichern wir mal kurz und dann gehen wir da rein bin so gut ausgerüstet ich habe gerade überhaupt keinen Bammel mehr vor irgendwas hier also gerade läuft das echt gut da ist noch nichts was ich irgendwie kaputt mache also da ist da wird es wird nicht schlimmer wenn ich jetzt hier reingehe es wird definitiv nicht schlimmer jetzt mach doch mal das Licht an ähm okay das ist eine sehr überschaubare höhle sehr überschaubare kleine höhle gut dann waren wir in der soll ich das zelt da stehen lassen zwar als markierung nach dem motto da waren wir drin schon oder mach ich echt mal da waren wir drin so noch die da die in den schneebergen haben wir auch noch aber da gehe ich jetzt nicht halt einfach mal normale leute hier auf der insel das fährt toll Virginia wäre hier glaube ich eh nicht mit hingekommen die mag die kälte nicht ich glaube die ist vorwiegend in warmen Orten anzutreffen ist das richtig das über den berg latschen weil ich muss diesen wasserfall hoch also eigentlich soll das richtig sein ok trinken wir was wenn ich laufe das ist mal ein wasserfall nicht runterfallen und das ist laut ok da hinten ist die höhle hier sieht es auch sehr schön aus irgendwie ne das hier hat oh was das gebiet gefällt mir auch hier an der schneegrenze so ganz hart an der schneegrenze kann ich hier oben mir ein speicherzelt machen ah hier jetzt sag mal zack kleine speicherung die zelte sind halt so gut ne also ohne diese zelte wäre es halt schon echt hm komm ich hier runter ohne drauf zu gehen komm ich ok mal gucken was hier drin ist es geht nicht weiter wie die andere die andere höhle eher sehr sehr begrenzte höhlen was ich schon ein bisschen schade finde hat nicht viel geholfen das buch nehme ich an hm ja ok kleine höhlen schade dass so kleine höhlen sind ich habe das Gefühl sie haben nur höhlen richtig ausgebaut die relevant sind alles andere wie so kleine sachen wie die höhlen hier das sind aber nur kleine höhlen zum looten fertig was ich schade finde hätte man auch nochmal ausbauen können eigentlich oder nicht dann dann haben wir jetzt eigentlich oh hier ist schnee ähm scheiße wie komme ich hier runter ah wo bin ich ähm dann haben wir jetzt eigentlich noch eine höhle vor uns und zwar die bei äh bei dem lebensmittelding bei dem äh vorratsraum theoretisch dann gehen wir erstmal zurück würde ich sagen wir stehen ja jetzt mitten im see ich hoffe ihr geht's gut gehen wir zurück speichern zuhause und dann gehen wir nochmal zum vorratsding oder dann gehen wir gleich zum vorratsding ich hab ich hab jetzt Bock drauf das ding ist wir haben bis jetzt den boss noch nicht gefunden boah das sieht jetzt geil aus marco was hältst du von der aussicht schön oder die weist mal hier runter bei dem see war glaube ich nix oder wobei war ich in dem see überhaupt wo muss ich genau hin da unten da unten muss ich hin da können wir gut wandern gehen das stimmt das das stimmt marco marco bist du noch da ich hab da was was zum thema war oh god wow alter zum wanderthema was ist was ist was ist das da hinten was ist das da hinten so 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 okay Kann ich das riskieren? Okay, es geht. Nein, ich will... Scheiße. Das war auf der anderen Seite von dem See mit der Insel, okay. Okay. Okay, es hat geklingelt. Einen Moment, da muss ich mal kurz hingehen. Sekunde, sofort wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da wollte eine Sunny wieder rein. Die war auf das Erkundungstor. Okay. Ähm... Oh, mein Kopfhörer war noch raus. Lol. Junge, geh. Mir ist egal, wo du hingehst, nur geh. Ich habe jetzt auch die Befürchtung, dass der Boss, der ja da ist, wahrscheinlich da ist, wo wir jetzt hingehen. So eine Befürchtung von mir. Oh, hä, wie sind die zu? Okay. 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 Wie viele Tabletten ich eigentlich hätte, ne? Ich könnte eine Apotheke aufmachen. auf der Insel. Stachelhalme. Komischer Dunstnebel. Komischer Dunstnebel, alles klar. Ich würde wieder irgendwas laufen neben mir, ey. Geht bloß weg. Fliegenpilz werde ich nicht kosten. Das sollte ich lassen. Die Pflanzen müsste ich jetzt immer wieder einsammeln. Die sind doch nicht reif. Oh, dieses Tanzen sind halt schon ein bisschen übel, ne? Klar ist ein Survival-Game. Aber trotzdem. Hi. Geh einfach weg. Lass mich einfach in Ruhe. Dann lass ich dich auch in Ruhe. So, nur eine Verwarnung, weil es mir zu nah gekommen ist. Nur eine zu nah gekommen ist Verwarnung. Mit der Axt durch den Kopf. Der Charakter, Alter. Ich muss mir noch ein, zwei Energies reinkippen. Ich habe doch irgendwo noch Gräber. Ich habe doch irgendwo noch in einem Wald. Außer stellen wir so sechs Gräbern. Wo sind die eigentlich? Das war doch hier irgendwo in der Nähe. Hier oben drauf vielleicht. Oh Leute, die Genie hat sich zu mir geportet. Das ist eine Uhr da drüben. Oh, shit. ganze Brigade wieder. Oh, ne. Ich gehe einfach weiter und tue so, als würde ich nichts sehen. Okay, aber schon wieder zu weit weg. Das ist schon mal gut. Dass sie sich dann immer nachtelportiert. Genau hier. Dann würde ich auch wieder was zum Speichern machen hier draußen. Ähm. Einmal hier hin. So. Einmal ein Stäbchen drunter. Zack. Ja, ich gehe erstmal hier rein, ja. Was eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Ich wollte mal gucken. Warte mal. Wie viel Muni habe ich denn noch? Schrot 14. Ich habe so viel Flinten Muni. Alles klar. Voll easy. Das ist alles raw. Und den könnt ihr immer wieder essen. Schön viel Ausdauer. Ist nicht verkehrt. Wir können noch einmal uns Mutanti Haut anziehen. So. Dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Achso. Genau. Jetzt sind wir irgendwie da. Genau. Hier war die Luke irgendwo, ne. Das war. das hier. Alter. Fuck it. Ja. Das war das. Mein Herzstillstand. Hier war auch nichts genau. Hier gab es bloß diese, diese Stückchen Dinger. Kornflakes. Fleisch. Riegel. Die gönnen wir uns mal. Oh. Hier haben wir noch Düsensuppen. Instant Nudeln. Nee. Da wollen wir durch. Genau. Ich höre aber was sich bewegen. So ein Stückchen gewesen. Steak- und Speckstückchen. Dann wollen wir es mal tun, ja. Öffnen wir mal den nächsten Gang. Ich mach mal, ich mach mal safe. Okay. Hier wurde Gemüse und Co. gezüchtet wahrscheinlich. Oh nein, Babys. Ist wieder hier irgendwas. Okay, ich seh aber Babys schon wieder. Die haben wir es überlebt. Shit. Okay. Noch ein Baby? Ja. Nee. Du warst tot. Okay, Heidelbeeren. Was ist das für Geräusche? Ich hab'n Finger-Dude. Das ist schon die Mami-Fee. Bitte was? Hallo? Armbrust. Wie geil. Oh mein Gott. Gibt's da jetzt Armbrustbolzen? Gibt's da jetzt Armbrustbolzen? Die müssen übrigens Durchschlagskraft haben. Shit. Gefällt mir natürlich auch, ne. Wo ist denn die denn? Ich finde die Gitarre immer noch am besten. Die Gitarre ist einfach bester. Ich getraue mich aber nicht die zu nehmen. Habe ich irgendwas auf der 7? Nee, nee. Und auf der 2? Vielleicht auf die 7, oder? Ich hoffe, da war auch nix. Das ist die 9. Die 8 ist wohl noch frei. Ich höre die Geräusche. Ich weiß nicht. Ich wusste es. Flinkengeschosse. Boah, Alter, ist so schnell. Hoho. Wie auf einmal rennen konnte. Ja, ich habe keinen Platz mehr für Pfeiler. Ich glaube, die Shotgun hier zu behalten ist gar nicht so verkehrt. Wieso wurden die Typen einfach angegriffen? Ich habe alles voll, ey. Ne Energy trinke ich gleich mal. Ich bin... Ich bin... Ich habe auch gar keinen Schlaf mehr da unten. Ich bin einfach nur voller Energy. Oh, hier geht es noch schnell zu diesem Boss, den die eingebaut haben. doch Cara Mir gibt nichts, Cause ... Ich will nicht. Ich trau dem Frieden nicht Das ist alles viel zu ruhig Und viel zu lange hingezogen Im Wasser kann aber nichts kommen Denk ich Okay, da vorne geht's raus Und da ist eine Tür Okay, da ist eine Tür Und da ist noch eine Tür Gehen wir es mal hier rein, oder? Kuratsraum, wo nichts mehr ist Doch Doch, hier ist noch was Okay Okay, Loot Old Flintenaufsatz collected Nice Energy is somewhere here One more of Artifact 2 Das sieht wieder anders aus Related to the cube Ich hätte mir davon Screenshots machen müssen Das sieht irgendwie Irgendwie sieht das Interesting aus Das ist nur ein Mutanten Ein Aufzeichen Das sind Menschen Die Menschen Die Menschen verwandeln sich In Mutanten Aus allem werden Zwei Einer verwandelt sich In zwei Aber das sind nur Das sind nur Die Blinden Das sind nur die Blinden Das ist nichts anderes Oder? Oh, scheiße Geschossen Ich sehe nur die Blinden Also entstehen die Das sind Menschen Oh, ist noch eine Keycard Krass Was Was Virginia Virginia Virginia's Keycard Virginia Puffton Okay Virginia's Keycard Wild Story Plane Crash Survivor Claims Homozoitical Company Experimenting on Regent Human Okay Plane Crash Survivor Claims Flugzeug Also meine ich Das kleine Flugzeug Was abgestürzt Aber das ist ja nicht Also Warte mal Flugzeug Crash Überlebender Macht Pharmazie Wait Ist er das? Ist das der Typ Aus dem ersten Teil? Überlebender Mit der Pharmazie Um Experimente An mutierten Menschen Zu Das ist der Typ Aus dem ersten Teil Oder? Nur alt halt Jahre später A plane crash Gut Es könnte das Flugzeug Sehen was hier oben Liegt Auf der kleinen Piste Das damit irgendwie Was zu tun hat Aber es könnte auch Der erste Teil sein Weil Flugzeug crash Könnte Aber es sind echt Mutierte Menschen Also es sind Menschen Alter Okay hier vorne hat man noch was Einmal hat man noch Hier Das ist mir jetzt Musik Okay Ich würde gerne nochmal speichern Ich habe immer mehr Angst Dass jetzt gleich irgendwann der Boss Das Boss Ding kommt Das ist gespeichert Dann gucken wir mal was hier drin ist Ich habe Ich habe ein Bauchgefühl Einfach mein Bauchgefühl Einfach beste Riesenhalle Das schreit nach Bossraum Das willst du anders machen Ich ruhe Kugeln Das große Vieh Lebendig wieder Lebst du? Da sind überall diese Diese Speckstücke drauf Barbara Paften Das ist die Mutter Lol Edward Paften Vater und Mutter We have wasted Another full afternoon And still have been Unable to find Any choice To golf balls Was Das sind Golfballen Immer zu tun Acceptable Okay irgendwas mit Golfbällen Irgendwas Okay Edward Paften Virginia Paften Hier Das ist ihr Platz Okay Hier sind sie eigentlich Alle drei Und die sind alle mutiert So ein Finger Dude Die sind nicht nur In die Gesichtslosen mutiert Hier ist ein Mensch Gesichtlos halt Einer geht ja immer in zwei Das Ding ist Okay Wait Also Können die es ja gar nicht Also war es wahrscheinlich Nicht Virginia Was hier passiert ist Virginia saß wahrscheinlich Mit ihren Eltern hier Und Virginia ist halt auch Verwandelt Aber nicht so krass Verwandelt Warum auch immer Sie nicht so Warum ist sie aber nicht So krass verwandelt Wie die anderen Das macht ja gar nicht Sinn Warum ist sie nicht so Macht das Sinn Wieso ist sie nicht so krass Verwandelt Und alle anderen sind so Übelst krass verwandelt Dann kann ich sie Aufnehmen Scheiße Aber wie ist sie hier Rausgekommen So Sie ist ja nicht mehr So intelligent Sag ich mal Wie es wie Mensch war Wie ist sie hier Rausgekommen Oh scheiße Alter Immer wenn ich irgendwie Raus reintappe Ist hier Party Das passt halt nicht Und wo sind die Eltern Die sitzen auch nicht mit hier Sind auch nicht verwandelt Wo sind die Waren es die Eltern an sich War es der Vater vielleicht Aber Das Ding lebt nicht Was ist denn hier Mit dem Bosskampf Das schreit danach Bosskampf Ich hab so Angst Das sind ja alles Volle kaputte Scheiben Ich hab Angst Da hin zu gehen Hier geht es doch nicht mehr Weiter Die Tür ist zu Ich hab Angst An das Glas zu gehen Nein Ich hab gedacht Irgendwelche Metal Musik Wäre ganz geil Aber Ne lass mal Hier ist auch schon wieder Diese Stücke Überall diese Stücke Die haben alle diese Diese komischen Stücke Gegessen Diese Speckstücke Gehirnstücke Steakstücke War es das vielleicht War das der Auslöser War da irgendwas Drinnen im Essen Ich geb mir Energy rein Ah ne schlimme Dinge Ich geb mir noch Energy rein Das ist halt viel zu groß Ne Es ist einfach viel Zu groß Und offen Als dass jetzt hier Nix passieren könnte Wir hauen uns ein bisschen Was rein Wir fördern uns Richtig schön voll Dass wir richtig schön Ausdauer haben Wir haben volle Rüstung Aber ich hab Angst Aber was kommt jetzt Was haben die eingebracht Will ich's wissen Will ich's wissen Was ist das Null Null das ist der Null das ist der Vater Null das ist der Vater Und die Mutter Das sind wirklich Ihre Eltern Das sind Ihre Eltern Oh scheiße Das ist die Mutter Das ist die Eltern Äh Muss nachladen Ah Was machst du Alter hör auf Wieso kannst du solche Moves Das können die Ahnen nicht Das ist der Vater Oh mein Gott Das sind sie halt wirklich Ne 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 Ja Die haben sich auch In diese Gesichtslosen Verwandelt Aber Haben noch viel mehr Ihren Körper quasi Sie haben ihre Klamotten Und sie haben die Haare noch Wieso haben sie Also sie in solche Gesichtslosen verwandelt Die noch halt die Haare Und Sie haben halt noch Ja Ja Das sind sie Definitiv Wir haben ihre Eltern gefunden Wir haben Virginias Eltern gefunden Ähm Wenn das irgendwie Confirm ist Dass ich die gefunden hab Aber wieso hat sich Warte Also ist ja doch Die Theorie mit Virginia Eigentlich gar nicht so abwegig Dass sie irgendwas mit der Sache zu tun hat Ich mein ja Sie hat's auch erwischt Aber Nicht ansatzweise so Ich mein selbst Die Eltern sind Gesichtslosen geworden Virginia Ist nicht Gesichtslos geworden Sie hat zwar ein drittes Bein Und einen dritten Arm bekommen Aber nicht Gesichtslos Also sie ist nicht so Komplett mutiert Und jetzt Hierdurch Mal Licht bitte Oder jetzt Wasser See Okay Ah hier Und Anscheinend haben die Dreie Bzw. ihre Eltern Sich aber auch nicht in Zweie verwandelt Oder der Zweite ist halt weggegangen Hier Ist halt auch irgendwie seltsam Aber wir haben noch einen Da ist noch einer Ist noch zwei Okay 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 jetzt geht's schon hier runter No way back Richtung Ausgang schon Oder wie Ist halt irgendwie Fehlt halt noch was Jo alter Wobei ne Die hat auch Haare gehabt Immer Saß kurz zu aus Ich würde mich in Ruhe Umgucken wollen Können die Babys Bitte mal Schweigen Ist aber auch nichts mehr Keiner Viedermäuse jetzt Wehe euch Beklang ich wie Cheese Lasst das bloß sein Hier geht's raus 5 Ohr 35 Geil Jetzt bin ich schon ein bisschen heller Okay jetzt sind wir halt irgendwo rausgekommen Wo schon Wo sind wir rausgekommen Hier oben bin ich rausgekommen Okay wir latschen mal einfach Ich versuche nochmal so zu Zu schlafen und zu speichern Na geil Ne Ich muss das nehmen Hier latschen sie schon wieder rum Oh ne Oh ne Latschen sie überall rum Warum Sind hier so viele von denen Okay es wird ja gerade Tag Es wird gerade Tag Alles gut Nur ein bisschen durchhalten Ein bisschen durchhalten Es wird gerade Tag Okay wir haben ihre Eltern gefunden Die haben sich verwandelt Komplett Nicht nur so ein bisschen Da hockt einer Es ergibt halt noch keinen richtigen Sinn In meinem Kopf Warum Wieso Es macht halt doch einfach gar keinen Sinn Jetzt habe ich aber auch keine Türen mehr Und so ne Okay Ich spreche heute gleich mal hier noch Ja aber das Das macht doch Das macht doch gar keinen Sinn Oder doch Und ich check's noch nicht Aber das sind auf jeden Fall Die drei Leuchten Die vier leuchtenden Punkte Haben wir ja jetzt damit Bei dem 3D Drucker Sind wir durch Ja sind wir Lol Ich weiß noch wo ne Tür ist Ich weiß wo noch eine Tür ist Wo wir ne Keycard brauchen Auf der anderen Seite der Insel War noch eine Da bin ich Als ich meine Runde gelaufen bin Um die Insel rum Bin ich da vorbeigelaufen Das war Straight auf der anderen Seite Würde ich sagen Hör den Berg Die fällt mir noch ein Ansonsten Wüsste ich jetzt nicht Wo noch irgendwo Ne Insel sein sollte Äh Ne Insel Ne Tür Mit Keycard Ich geh noch kurz Die Höhlen durch In den Maintenance Lugen war nix mehr In der einen waren Zwei Türen Die hab ich aufgemacht Beide Dadurch hab ich die Ähm Na Die Kettensäge bekommen Anderen gab's nichts Bei dem 3D Topo Gab's einen Hier bin ich ja durch Und bin ich auch durch Das war ja das große Die Maintenance Lugen Da war nichts weiter Die waren relativ Einfach gehalten Also schon relativ Da war nicht viel drin Bis zum Fall Besonderer Loot Die Höhlen Bei den Höhlen War auch nichts weiter Eigentlich Ich wüsste nicht Wo noch was wäre Außer dort hinten Auf der anderen Seite Insel Im Prinzip Hab ich ja das Geheimnis jetzt gelöst Ich hab die Älteren gefunden Virginia Lebt noch Habe ich neues Seeds collected Oh ja Aloe Vera So Perfekt Das hier drüben Okay Calvin Calvin wo bist du Calvin Ah Ähm Kannst du mal Fischen gehen Oh ne Warte mal Doch Höhlen mal Fisch Okay Calvin Kriegt eine Zwangsaufgabe Wieder Okay Wir haben eigentlich Haufen Zeugs Eigentlich könnten wir Einmal ein bisschen Rumbauen Ich würde schon gerne wissen Was jetzt hier Also Also wie Und wo Was Hier weint doch jemand Ich ahne warum Hier jemand weint Oder unten Liegt es Es stehen zwei Laufen zwei Ja Wohlen wollten sie so schnell Das sehe ich anders Warum haben sie hier Geweint und getrauert Hallo Ist ja gar nichts Warum haben sie jetzt hier Äh Geweint und getrauert Hä Hä Hier ist ja gar nichts Niemand ist hier gestorben Ich weiß nicht warum sie trauert Verstehe ich nicht Die Fische sind schon wieder Alle verdorben Warum Verderben denn die Fische Wenn die noch leben Das soll mir mal einer erklären Bitte Gut Aber wir können sie natürlich Gleich entsorgen Fachmännisch entsorgen Wir können uns den Fisch gleich Ruhe Jetzt könnte man eigentlich Noch ein bisschen bauen Theoretisch Ein bisschen das Haus Weiter bauen Genial Ist halt am Arsch der Welt Die ist richtig hart am Arsch der Welt Ich weiß ja erstmal Dass wir zu Hause sind So Wieder zu Hause Zack Wir haben verdammt viel gefunden So ein kleines bisschen bauen Können wir noch Und dann müssen wir mal gucken Ob wir noch was anderes zocken Ich denke schon So Das nehme ich immer mit an das Ich hoffe wenn Virginia irgendwas hat Kommt sie halt zurückgerannt Okay Okay Wir machen Pause Sehr schön Das kann er gut Hallo Kann ich mal Okay wait Zack Zack Wie er guckt Ich weiß nicht Wenn du mir zuguckst Wie ich arbeite Du kannst auch was tun Calvin Du kannst ruhig auch arbeiten Moment Das halt mal Mach ich aber die eine Seite hier zu Oder 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 Hier sollten dann so die Zimmergrenzen sein Aber so richtig krass Schlimm weit weg war Virginia eigentlich noch nie Also wie jetzt gerade Ob das damit zusammenhängt Dass wir halt Fortschritt gemacht haben Und mehr Wissen über sie haben Dass sie jetzt Distanz zu uns sucht Oh Wäre halt ein interessanter Gedanke Aber So krass war sie ja nicht mehr Gedanklich da Oder kopfmäßig da Also macht sie das Wirklich Ich würde gerne die Zettel Kann ich mir die ganzen Zettel Nochmal irgendwo angucken Warte mal Kann ich mir die nochmal irgendwo angucken Hier sind Hier ist das Zeug Hier sind die Bücher Hier ist das Die Broschüre Hier sind die drei Sachen Die drei Keycards Ich glaube nicht Dass ich mir die nochmal Irgendwo angucken kann Hier hast du nur so einen Sportanzug gefunden Ne Ich hab den gar nicht Ist das was für Virginia Mit der Gitarre feiere ich immer noch am meisten Weil das Die Armbrust ist auch insane Was fehlt Hier fehlt auch noch irgendwas Es gibt noch einen Taser Einen Taser gibt es glaube ich auch noch Die Frage ist Wo ist der Taser Habe ich zufällig noch eine Armbandohne Hier unten rum fliegen Habe ich mir Armbandohne abgelegt Zufällig Ne Ne ich glaube Armbandohne habe ich nicht Da hinten war ich schon bei der Aufnahme Im Wald war ich noch nicht Ich bin mir sicher ob ich da hinten war Doch ich glaube da war ich Doch ich glaube da war ich Klar am Anfang Da greifst du mir noch eine Ohr So Verholen wir noch ein bisschen die Die Stämme Warte mal Shit ich wollte da hoch springen Kann ich da drauf springen? Wenn ich Shit Shit Hier hat geklappt sehr schön Und willst du den Calvin? Mach ich es mir nach Ich seh schon Ähm Du kannst mal Warte Das war übrigens knapp Ähm Kannst du mal Warte mal Lederjacke Lederjacke ist Tschüss Oh Gott Kannst du mal so ein Namensschildchen Calvin Schön Ähm Du kannst Ja oder mach Pause Ist auch okay Pause ist auch okay Sollen wir die Wände hier vorne zuziehen? Ich brauche jetzt so viele Locks dafür So fucking Viele Oh nein Ey was Was bin ich da jetzt da drauf? Gerade Habe ich es doch auch hin Was ist denn das jetzt? Jetzt kriege ich nicht mehr drauf Nein Ich warte Danke Kevin Calvin Vielleicht wieder irgendeine Aufgabe Holz holen Achso Keine Ahnung Irgendwas muss er tun Er ist nicht er selbst Wenn er keine Arbeit hat Calvin Du siehst sehr cool aus Ja Könnte ich dich irgendwas fertig bauen lassen? Irgendwas sammeln Könnte ich irgendwas sammeln lassen? Die Frage ist halt was? Was könnte er sammeln? Haben wir denn noch irgendwie Gibt es denn noch irgendwas? Wir könnten sagen also die Plattform fertig bauen? Müsste gehen, ne? Den Beobachtungsturm wollte ich mal bauen Aber brauchen wir ja eigentlich nicht Wirklich Weil ich wollte irgendwo Wollte ich gerne So eine Seilbrücke machen Die könnte er dann theoretisch bauen Die könnte er dann theoretisch bauen Die muss auch zu Dass er bloß zwei tragen kann, ne? Der erste Mod, den ich mitzulieren würde Wäre so Trag vier oder so Das wäre schon schön Doppel zu viel wäre schon geil Zick Hallo? Kann ich? Nein Hier Hier vorne, dass es so ein bisschen offen ist Gefällt mir eigentlich Muss ich sagen So Jetzt kann ich gleich hier was mitnehmen Okay Ich will nicht, dass er wegtreibt Stopp, stopp, stopp Hau rein, hau rein, hau rein Na 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 Besuch Wir haben Besuch Virginia ist nicht da Es gibt eine Errungenschaft Es ist 20 mal rohen Fisch So eine Sushi-Errungenschaft Die muss ich halt haben Oder dass wir hier so einen Durchgang machen Und dann irgendwie Wie weit reicht denn das? Wenn ich jetzt sage Hier Ne Genau Hier Eine Seilbrücke Wenn ich die jetzt hier Ah, bis hierhin Hier wäre gut Hi Oh, aha Das hat mir getan Das sah schmerzhaft aus Warte Warte War noch nicht nach Leider Aber du kannst Ähm Eine Datei löschen In den Einstellungen Das habe ich auch gemacht Und dann sind die wieder alle da Ich baue das mal schnell fertig Ich will das mal mit der Seil Mit der Seilbrücke probieren Ah Scheiße Ja, gleich zwei Rüstungen weg Alter Gar nicht übertrieben Überhaupt nicht übertrieben Zack Zack Und du Kollege Du bist mir sowieso Zu nah dran Ich traue dem Frieden Nämlich nicht Dass man Sein Haus Nicht Über den ehemaligen Baum baut Äh Habe ich auch gemacht Ist nicht schlimm Kannst die dann Trotzdem fällen Also Das geht Ziemlich gut sogar Geht das jetzt Dass ich das da ran baue Überhaupt Äh Ja Okay, wait Na, hier gehen jetzt schon Das ist gut zu wissen Wie siehst du eigentlich Mit deiner Welt aus Läuft Okay, wir haben Eine Seilbrücke Hätte ich jetzt vielleicht Auch eher Nein Das ist schön Wie ist das denn hier Nee Aber geht das von hier aus Die Multiplayer Welt Mit zwei Freunden Läuft Ganz gut Den einen Tag Hatten wir Besuch von vier roten Sumoringern Oh, na Ganz geil Okay Ich muss das von hier aus Machen Gut zu wissen Vor allem Ein gleich von vier Ist halt schon übel Ich würde es gerne Nicht automatisch Verknüpfen Bitte Und dann Weil das inne ist Ob ich mich verarschen Nee Auch nicht spielt Sonst hat Voraus Ja Hast richtig Gehört Ich bin ja Hier da drin Und haben den Eingang gefunden Wo man eine Keycard braucht Nice. Hi, Calvin. Das ist nice. Hä? Wieso geht's nicht mehr? Nein, was zum... Okay. So ganz scheint das System noch nicht so zu funktionieren. Nein. Ja, was ist das? Warum geht's denn bei mir nicht mehr? Gerade ging's doch. Okay, wait. Ich hab ne Idee. Oh, Alter. Ich dachte, ich will jemanden. Ich muss die Dinger wegnehmen. Hab ich's grad Buggy gemacht? Das wirkt so. Das, was wir sehen, so geil sind. Mein Weltbild. Ja, ja. Wieso? Hä? Au. Mann, ich will... Warte mal. Irgendwie bugt das grad. Ich würd das gern nochmal bauen. Hä? Was ist das denn jetzt? Ja, und ich kann ihn nicht wieder mit hochnehmen. Was? Ja, und wie krieg ich das jetzt wieder runter? Ich will's. Schnell weg McLaren. Und? Nein. Und wegrennen. Ha, da war. Hi, Kevin. Ja, frag nicht, ist gerade schwierig. Das war nicht vorher, der funktioniert leider nicht. Hilf mir bloß nicht. Ähm, Plan B. Ich habe einen Plan B. Okay, es geht nicht. Okay. Dann nutzen wir das einfach. Dann machen wir uns was Neues. So, nee, das sind die halben. Nee. Nein, das. Okay. So kann ich jetzt. Aha. Aha. Jetzt schauen wir, dass das von der Länge her echt gut passt. Ich heiße gerne in der Mitte, dass wir so einen schönen Durchgang machen könnten. Äh, da, 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 genau hier. Jawohl. Ja. Jawohl. Alles klar. Dann, äh, mache ich von dem Raum ein bisschen was weg quasi. Was aber nicht schlimm ist. Nehme ich den Raum einfach. Und hier ist also ein kleiner Durchgang und dann gehst du dann zur Brücke. Schöne Idee. Golfschläger als Waffe, der ist Bester. Golfschläger als Bester. Nicht auch gehabt hätten. Ehe. Ehe. So. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Jetzt brauche ich bloß hier. Hä? Hä? Muss ich da jetzt, also. Brauche ich da schon die, äh, zerteilten Dinge? Okay. Ah, du musst da anfangen, wo du, also wo du den Anfang halt hast. Ah, okay. Okay. Alles klar. Das sind irgendwie halbe Dinger gewesen, ne? Ah, nee, warte mal. Die ganze Teil hier. So. Dann können wir uns durch den Wald hangeln jetzt, sag ich. So. Und einmal den hier. Wie gut ist das bitte gemacht? Das ist scheiße gut gemacht. Das ist insane gut gemacht. Ist das jetzt bloß ein halber? Das ist das ein ganzer. Hi, Calvin. Na, alles gut? Calvin? Calvin? Ja, muss, dann muss man. Tja, kann man nichts machen. Kann ich das einfach jetzt hier ran gucken und das wird automatisch hingelegt? Ja. Einmal Besuch. Ah. Schönen guten Tag. Können Sie bitte gehen? Oh, das war ein bisschen, sorry. Oh, das war ein bisschen, sorry. Sind Sie Freunde in meiner Base? Nein? Gut. Will ich Ihnen auch geraten haben. Calvin, du kannst zurückkommen. Virginia ist auch wieder mit hier. Oh mein Gott, ja. Sehr schön. Sie hat den Weg zurückgefunden. Gott sei Dank. Hat Calvin sein Master schon gemacht und wie sieht es aus? Calvin ist eine coole Socke geworden, okay? Er hat sich geändert, ja? Er will zu den coolen Kids gehören, ja? Er hat sich geändert. Zack. Will ich es auch von der Seite drauflegen? Dabei ist es... Ja. Oh, die will ich jetzt mal sehen. Das sieht echt gut aus. Okay, das Tor ist offen. Ah, die Tür wieder. Sie hat doch irgendwas für mich. Okay. Wird schon schief gehen. Ah, es geht auch so. Okay. Ich muss es nicht selber machen. Ich hoffe, die beiden... ...dümmel finden, das Tor. Aber ich denke schon. Virginia... Also den Fisch hat sie jetzt die ganze Zeit von dem See, da oben, von dem See, ganz da oben, am Berg, den Fisch bis hier runtergetragen. Alles klar. Virginia, du kannst auch klettern. Du kannst hier ruhig reinkommen. Danke. Ich esse den auch gleich roh. Gar kein Problem. Komm rein. Du hast meine Waffe noch. Du musst da drüber steigen, Calvin. Warum? Warte mal. Calvin hat Angst. Rennt weg. Rennt aber genau in die Reihen? Das ist Calvin. Schau mal, beide Tore. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Äh, äh. Kommt rein. Kommt rein in die Base. Ja. Nee, nicht nur da. Äh, hin und hier. Kommt rein. Calvin. Okay, Calvin rennt sonst wohin. Ja. Ich habe schon gesehen. Drei rote. Hä, hä, hä. Ja. Du, Apfel. Ich liebe es. Heul nicht. Sorry. Ich wollte dich eintöten. Habe ich den Arm abgeschossen. Was willst du jetzt, Junge? Ich beende es. Alles gut. Mach dir keinen Kopf. Okay. Hier hat man auch. War es das? Okay, Calvin ist auf der anderen Seite des Flusses. Er ist gleich komplett abgehauen. Portemonnaies. Portemonnaies. So kann man auch sein Geld machen, ne? Man klaut einfach die Portemonnaies. Ja, super. Noch einen fallen lassen vielleicht? Hm, nö. Ich liebe die Shotgun. Ich meine, die Shotgun nicht toll finde. Oh, das hat Shotgun. Shotgun ist das Beste, ey. Die Shotgun ist das Beste. Ja, es gibt Palisadentore. Yep, yep. Ne, die kriegen keinen Schaden durch Spikes. M-m. Die zwei sind safe, was Schaden durch Spikes angeht. Aber wir selber kriegen auch Schaden durch Spikes. Leider. Tschüss. Ich finde gut, dass die Leichen automatisch abtransportiert werden. Finde ich super. Calvin, kannst du mal bitte wieder reinkommen? Geh mal so rüber, bitte. So, schöne Strömung. Mach's gut, mein Freund. Calvin ist immer auf der anderen Seite. Der hat so eine Panik gekriegt und ist gleich nach Madagaskar gerannt. Da hinten läuft er. Wie geil. Kann ich? Schade. Oh, warte mal. Warte. Kann ich? Hi, Calvin. Na, wieder da. Es funktioniert. Wie geil ist das denn? Dann können wir uns einen schönen Weg durch den Wald ziehen. Im Endeffekt. Erstmal bauen wir das Haus. Und dann ziehen wir uns einen richtig schönen Weg durch den Wald. Vielleicht noch rüber suchen wir uns immer so ein paar Bäume aus oder so. Das wird eine Ecke dauern. Aber es wird gut. Warte mal. Das wird jetzt ja ein bisschen höher haben. Okay, Stickies mehr. Hi. Oh, wir sind schon wieder fest. Find ich auch super. Super, super. Kann ich? Okay, ich mag das, wie man das Licht setzen kann. Das gefällt mir schon, muss ich sagen. Ah, find ich schön. Wollen wir eine Tür reinmachen? Ja klar, wir machen eine Tür rein. Ja doch, wir machen eine Tür rein. Ich glaube, Calvin kann dann mal Holz holen. Wieso kommt Calvin nicht schon wieder rein? Ich gehe mal pennen. Nicht, dass Calvin da draußen noch gefressen wird von irgendwas. Nein, wir wollen nicht, dass Calvin gefressen wird. Nein, das wollen wir nicht. Er ist besonders. Well. Alter, ja schau. Oh, ich bin immer noch verjagt gerade. Alter, ich habe mich verjagt. Das Bausystem ist halt echt einfach insane. Ich hoffe, die bauen darauf auf. Es hat mir schon Angst gemacht, dass sie wohl gesagt haben, dass das Spiel im Grunde halt solide fertig ist. Der Satz soll wohl gefallen sein am Anfang. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn, wenn, heißt das, sie wollen dann nicht weitermachen? Alter, die haben so ein geiles Gerüst. Ey, macht weiter. Es ist so geil, was ihr hier geschaffen habt. Sie werden so dumm, wenn sie es nicht machen. Aber dass der Boss gerade, dass das ihre Eltern waren. Also Virginias Eltern. Ich würde halt immer noch gerne wissen. Sag ich mal, Virginia. Du bist allein Erbin, ne? Ich habe deine Eltern übrigens gefunden. Die sind... Leider. Du bist allein Erbin, du bist gerade Milliardärin. Du hast wie viel? 593 Milliarden? Du lebst ja noch, also kriegst sie es. Weißt du, dass du nicht wusstest. Ich wollte es dir bloß sagen. Du guckst dich schon wieder hin. Wir haben wieder Besuch, alles klar. Wir haben wieder Besuch. Hi. Schönen guten Tag. Ach, schieß ihn. Wir wollen hier keine ungeladenen Gäste haben, bitte. Das ist nicht okay. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich meine mal die Wand hier zu. So Step by Step. Kelvin. Kelvin? Kelvin ist außerhalb. Ist der Typ weg? Ah, da hinten. Kelvin? Kelvin? Komm mal her, ich bin guter. Der coole Checker vom Dorf. Doch, du kommst mal jetzt mit. Komm mit. Du musst was tun. Für mich. Folge mir. Oh, Alter. Virginia. Hi. Alter, du. Nerf, Friede. Ist am Bein verloren. Was bist du? Ja, ich weiß, dass da einer ist. Ach, wow. Auf was schießt du? Das klingelt schon wieder. Eine Sekunde. Ich muss mal kurz gucken, wer der klickt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier. Und zurück. Das klingelt. Ich bin hier. Da. Da war ihr Postbote und Sunny geht aggro. Ach ja. Aggro Sunny. Weil Postbote. Okay. So. Facecam. Soll ich Musik anmachen oder ist euch das okay so? Wo ist denn der andere Typ? Da hinten läuft richtig viele. Alter. Hä? Die Pfeile hätte ich gern weder. Ja, ich seh den. Krieg ich den Pfeil wieder? Danke. Was hat sie jetzt schon wieder geschossen? Calvin. Das erinnert nichts daran, dass du mir folgen sollst. Komm mal mit. Du musst etwas für mich tun. Du kommst jetzt hier ins Wasser. Circa hier hin. Hier so. Hier ist gut. Hier ist gut. Und hier lässt du jetzt Stämme fallen. Du holst jetzt Stämme und lässt die hier fallen. Götti. Leg los. Ja. Sehr schön. Oh, da war wieder ein Springi, Alter. Ja, ja. Ich war schneller, Virginia. Haha. Wo ist mein Pfeil? Geh mal Pfeil her. Pfeiler klaut. Okay, Virginia hat schneller geschossen, als ich geschossen habe. Oder gleichzeitig er. Oh, mein Proponet. Das suche ich doch hier. Ich suche die Proponets der Eingeborenen. Ne. Hallo. Jetzt. So, Calvin macht uns dann wieder das Lager voll. Während wir hier weiter bauen können. So. Okay, er sammelt erstmal die ein, die noch da sind. Und dann sollte er neue fällen. Eigentlich. Das ist nur ein Halbi gewesen, ne? Der hilft. Ah, das kann ich noch nehmen. Das habe ich hier provisorisch hingesetzt, damit es nicht diesbohnt. Warte mal. Ich esse mal kurz was. Bitte? Ist mir heute irgendwas gegeben? Hä? Oh, Bärchen. Danke. Ja, die gönne ich mir, die Bärchen. Calvin. Arbeiten. Versuch's mal. Hier könnte man natürlich auch Fenster reinmachen, aber wird hier nicht viel bringen. Hier vorne kann man Fenster reinmachen, würde ich sagen. Das Ding ist, hier müsste man eigentlich auch zumachen. Ich würde gerne ein größeres Tür, also ein größeres Tür, also ein größeres Tür hinmachen, so ein bisschen. Kann ich denn? Da kriegt schon wieder jemand rum. Rechts. Was ist mit denen schief? Hey Virginia, ist da draußen wieder einer? Also bitte töten gehen. Okay. Okay. Was ist mit denen schief? Hier sind es mit denen schief? Oh. Wo ist die Party? Wo ist die Party? Wo ist die Party? Was ist mit dir schief im Kopf, Alter? Hips doch nicht wie eine Psychopathin über den Stein! Alter... War jetzt hier gerade jemand? Oder war das Calvin? Jetzt geh hier auf das Ding hoch. Kevin ist weggerannt. Also nehme ich an, hier war jemand. Das ist sie? Hm. Ich weiß nicht, wo ein Calvin weggerannt ist. Das ist ein Calvin von da drüben. Warum? Der hat den Stamm geholt. Von wo hast du den geholt? Will ich wissen, wo er den Zeck geholt hat? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das will ich nicht wissen. So. Ich habe, du hast... Wie haben wir es denn? 18 Uhr 3. Das Ding ist, ich würde sehr gerne mit euch noch ATS spielen. Also mit Blub und Marco und vielleicht Indy oder so. Würde ich echt, echt gerne. Hätte ich sehr, sehr viel Lust drauf. Aber wenn ich irgendwie die ganze Zeit Abstürze habe, ist es halt kacke. Wobei ich kann... Zum Notfall als Polizist... Also Polizei kann ich ja fahren. Da muss ich ja keine Fracht annehmen. Das gänge bestimmt. Das könnte ich machen. Dann fahre ich als Polizei mit. Ich kann es probieren nochmal. Ob es geht. Wenn nicht, würde ich als Polizei mit. Wenn ihr da Bock drauf hättet. Auf ein bisschen Truck fahren. Da mache ich nochmal anderes Licht. Alter... Wo ist euer Nest? Wo ist euer Nest? Ach, scheiße. Du wirst mich verarschen. Habe auf die Spielchen gar keinen Bock. Mein Freund, ja. Kevin, mach du mal hier. Ich mache da oben. Ach so. Das sind die... Die kleinen... Kleinen Stickies machen den übelsten Lärm, ey. Shytake-Pilze. Sind wir in Japan? Wieso wachsen hier Shytake-Pilze? Hä? Was soll das so? Sind wir in Japan irgendwo? Ist das irgendeine Insel in Japan? Das wäre geil, wenn es so wäre. Ist bekannt, wo die Insel ist? Was? Also... Wo in etwa? Ist das bekannt? Ist das irgendwo zu Lor dazu? Irgendwo in Amerika, Kanada. Warum gibt's denn hier Shytake-Pilze? Gibt's doch nur in japanischen Gegenden, oder? Oder nicht? Oder ist das ein Irrglauber? So. Zack. Ja, Anni, wir müssen noch unsere Solaris-Partie mal zu Ende zocken. Und da irgendeinen Bock drauf hast. Ich hoffe, ich schlage jetzt nicht Calvin mit der Aktion. Das könnte passieren. Ja, die man suchen soll, sind ja auch alle Amis. Ja, stimmt. Ja, okay, stimmt. Ich rufe halt irgendwie nicht so. Ey, die Stelle hier ist irgendwie weird. Da drin liegen auch noch welche. Die rollen auf dem Wasser. Hier ist irgendwie komisch die Stelle. Da ist irgendwie weird. Also, da müssen wir bloß mal gucken, wann. Jetzt kommt das Horn und da habe ich leider keine Zeit. Nee. Da sieht's leider ein bisschen schlecht aus. Der hängt da fest. Oh, Alter. Hör auf damit. Mach mich kehre. Vielleicht Sonntag oder so. Da bin ich mir nicht sicher. Ich komm Sonntag erst wieder. Guck. Warte mal. Ich hab noch den, 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 den Trainingsanzug. Warte hin, ja. Kann ich die? Lol, ich kann dir den Trainingsanzug geben. Wie cool. Ich setze die richtigen Klamotten an. Wie, wie, wie die Hose da aufgerissen ist und ein Schuh fehlt. Mega gut. Ah, sie hat, äh, Klamotten an. Ja, lass mich raten, da rüber zu. Safe da rüber zu. Lass mich raten, hier oben rüber. Ja, äh, Virginia. Nee, lass mal, alles gut. Das muss nicht eigentlich. Obwohl. Na gut, guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, was da ist. Weil ich so schnell am Looter. So, Daumen drücken, dass irgendwas Gutes drin ist. Oh, Batterien. Okay, Batterien sind echt gut. Ja. Ja, dankeschön. Schade, dass es mich irgendwie zum selben führt. Ein bisschen schade. Hervin ist am holen. Alter, hier staut sich alles. So. Es sieht wahrscheinlich nicht mal weiß aus. Jetzt muss ich mich dran gewöhnen. Calvin. Wie gut das ist, ne? Wie gut einfach. Calvin. Das geht von selbst. Das geht von selbst. So. Und noch einen Stamm. Okay, er holt den da drüben. Das passt gut. Erhole ich das hier noch. Das sieht doch richtig gut aus. Lol. Durchgeflucht. Die sind echt durchgeglitscht. Okay. Das können wir wegmachen. Sind ja alle da jetzt. So. Hi. Jetzt passt es doch besser. Sieht jetzt irgendwie ganz normal aus, ne? Was hab ich denn eigentlich an? Ich hab auch so eine normale Jacke an, ne? Glaub ich. So einen normalen Pullover hatte ich, glaub ich, an. Ich muss rein. Ich muss rein. Ah, da müssen wir halt doch hier irgendwie eine Tür reinbauen. Machen wir hier die Wand hoch irgendwie und dann... bringt der hier schon mal nix. Dann können wir den mal hier liegen lassen für später. Dann können wir unten ja noch hier sowas machen. Hm. Oh, passt das mit der Fackel noch? Ah, ganz knapp. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Nee, nee, Calvin. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Äh, äh. Die hier sind schon okay, Calvin. Das passt schon. Ich wünschte, ich könnte ihm sagen, hol die halt von weiter. Also, hol neue. Nicht welche, die ich schon mal irgendwie gecatcht hatte. Nein. Oh, scheiße. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aus. Äh, das war der hier, ne? Okay. Oh Gott, oh Gott. Das wäre jetzt beinahe Schiefige. So. So. Okay. Okay, da brauchen wir den hier, aber oh ne. Dann ziehen wir doch lieber die Wände hin. Okay. Okay. Genia ist irgendwo hier drinnen. Am rumgeistern. Wieso kann ich, in den Blaupausen kann ich so langsam laufen? Ganz, ganz komisch. Kann ich eigentlich? Scheiße. Warte mal. Und ein bisschen was hochschaffen. Wir müssen hier ein bisschen kreativ werden, wie wir schnell da Zeug hochkriegen. Ach, scheiße. Einer, ein, uah, shit. Okay. Es geht. Gut. Es ist, es ist machbar. Was hab ich denn noch? Nein, nicht den Essen. Oh, Alter. Ja. Ja, das ist eklig, das glaub ich dir. Wobei, so macht's nicht besser, aber trotzdem. Es sich nur den Kopf abbeißt erst mal. Alter. So. Können wir hier unten nur Fenster reinmachen, theoretisch. So. So, wieder rüber gehen. Komm. So. 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 Also. So. 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 Einer allein? Scheint so. Tja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Sehr dumm gelaufen. Okay. Eine Tür können wir mal auch reinmachen, ne? Wäre schon schön, eine Tür zu haben. Eigentlich hätte ich das gern wieder gehabt. Hier unten? Hm. Ja, so in etwa. Ja, doch. Hier würde ich es auch machen. Au, mach mal die Tür an. Calvin ist back. Calvin ist wieder am Arbeiten, sehr gut. Also die Tür kriegt man auch noch auf einen halben, ne? Ja, so ein paar kleine Fenster hätte ich schon gerne. Hier müssen wir auch Türen machen. Ach, ne, 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 stopp. Hier ist ja das Gewächshaus, da brauchen wir gar keine Fenster. Ne, 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 alles gut. Kommt, ich habe wieder Gewitter. Oh nein, ich habe wieder Gewitter, Gewitter. Kein Gewitter. Ah, ne, das war ein Baum, der fällt. Das war Calvin. Okay. Okay, never mind, das war Calvin. Zack. Zack. Ah, ist okay, die können da ruhig liegen. Da ist Calvin. Ich muss mal gucken, ob ich Batterien nicht habe. Ob ich mir die komplette Tech-Rüstung mal machen könnte. Ah, ne, und da war noch eins. Ach, scheiße. Wo ist denn das hier? Zick. So Calvin, mein guter, wie sieht es denn hier aus? Ah, ist okay. Es wird. Ach so, ist ein halber. Ähm. So. Deshalb braucht es ja halt so schnell, ne. Oh. Dankeschön. Oh, hier ist einiges. Wann würde es dir denn zeitlich passen, wegen Silavas? Ich bin mir halt noch nicht sicher. Eventuell am Sonntag. Kann das aber also, und Uhrzeit, hm. Ich denke erst gegen Abend, wahrscheinlich, wenn dann überhaupt. Weil ich soll doch erst wiederkommen. Guck mal an, wie du dann Zeit hättest. Hier ist eine Tür rein. So, eine Tür rein. Ja, das weiß ich. Das ist, das macht es ja auch komplizierter. Ich kann es aber halt wirklich gerade nicht sagen. Lass uns mal gucken, weil ich dann nächstes Wochenende oder so. Oder in der Woche, je nachdem, wie du da Zeit und Lust hast. Machen wir halt mal in der Woche, dann können wir auch mal machen. Okay, Virginia läuft mit draußen rum. Das ist gut. Dann scale ich nicht alleine. Für den Fall der Fälle. Das ist ja eskaliert. Kannst du schießen. Ähm. Ja, dann lass mal in der Woche machen. So, mal gucken. Ich weiß nicht, ob es die Woche dann klappt. Ich kopfmäßig da momentan leider woanders bin. Wie viel Holz man da braucht, ne? Wir können auch mal versuchen, Holz zu ernten mit der damaligen Erntemethode. Die alte Forest-Erntemethode. Lass mal mit der alten Erntemethode ernten. Kann ich die hier noch irgendwo ranklatschen? Wie früher? Ah, es geht immer noch. Schön. Calvin. Hier ist Holz. Virginia ist hier. Sie läuft schon wieder in diese Richtung. So total stupide. Das ist doch Calvin einfach so. Macht er ja schon. Er macht noch nicht schnell genug. Er braucht immer so lange. Calvin holzt schon dort oben alles ab. Wenn er sieht, dass hier am Staudamm Holz liegt, dann wird er zum Staudamm rennen und das Holz aus dem Staudamm klauen. Wir wissen es doch alle. Virginia, achso, du kommst zu mir. Okay, ich dachte, du rennst wieder stupide, äh, zu deinem See da oben. Da liegt noch Holz. Da liegt noch Holz. Holzi, Holzi, Holz. Zack. Ich guck mal eben. Ne, Calvin bewegt sich nach außerhalb dieser Bahn. Alles gut. Noch ist Calvin nicht, äh, am Staudamm interessiert. Alles gut. Wo willst du denn hin? Also, ich hab grad wieder aufgedreht. Kann das sein? Alles gut. Der Anzug sieht irgendwie cool aus, der Trainingsanzug. Ich geh bitte über. Calvin, schön draußen bleiben. Die Stämme hier drinnen haben dich nicht zu tangieren. Okay. Jetzt will ich eben jetzt mal hier rumlatschen, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, hier haben wir jetzt aber überall Licht. Also, eigentlich könnten wir ruhig mal bitte die Nacht rein, äh, bauen. Das ist eigentlich jetzt kein Problem hier so. Wir gucken mal gleich, wenn es Nacht ist, wo noch so ein bisschen Licht fehlt. Können wir da noch mal ein bisschen, ein bisschen Licht hinsetzen. So, und der noch. Gut, alle runter mit euch. Ja, der Staudamm selber müsste halt noch ein bisschen beleuchtet werden, ne? Vielleicht können wir da ein bisschen rumgehen gleich mal und ein bisschen Beleuchtung überall ran machen. Da kenne ich da irgendwo einen? Nee. Hier. Zack. Ah, Calvin, läuft da draußen noch rum. Wie viel Stoff habe ich noch? Alles klar, come on. Wie viel Stickies habe ich noch? 19. Let's go. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Ähm, schnell wieder ausmachen. Einmal kurz reparieren. So, ich hole wieder hin, ne? Ich glaube. Okay. Okay. Stoff. 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 Und jetzt, äh, Schäde. Zack. Aber die Wände brauchen halt auch noch ein bisschen Licht. Kann ich da mehrere Blaupausen machen? So ein bisschen, ein bisschen den gleichen Abstand wäre schön. Müssten wir auf der anderen Seite theoretisch dann auch noch machen. Okay. Das muss man mit dem Licht so ein bisschen sehen. Calvin, lad ich noch draußen. Calvin ist halt eigentlich schon echt mutig, ne? Der hört nichts. Und sieht halt nur, aber geht halt nachts einfach raus und macht sein Ding. Der weiß nicht schon, was neben ihm ist. Das ist halt schon, der ist eigentlich schon echt hardcore. Ich glaube, das unterschätzt den halt sehr. Ich glaube, wenn du Calvin eine Waffe geben könntest, der geht einfach in eine Höhle. Alles, was er sieht, macht er weg. Und fertig. Ähm, ja. Virginia ist wieder on the way. Okay, find das aber so mit dem Feuer eigentlich echt gut. Äh, Calvin, ich mach nachts ein Tor zu, ja? Du kannst ja durch das andere dann rein. Ich will hier nicht, ich will hier nicht voll, äh, alles offen haben. Das stört mich ein bisschen besser. Mhm. Ein bisschen Licht muss sein. Oh Gott. Sehr schön. Wir können auch den Turm oben drauf. Eigentlich können wir da auch noch ein bisschen was machen. Hm. Dann wohl eher Schädellampen. Gut, hier oben kommt niemand ran. Also, das sollte man eigentlich alles so machen können. So, ich muss einen Schädel mit, ne? Ich kann's ja nicht umdrehen. Ich guck mich so in die Mitte. So, ich kann ein blaues Licht drum latschen sehen. Hey, das geht. An den Steinen kann ich das machen? Dann würde ich das eher hier hin machen. Scheiße, ich hab keine Stittis mehr. Ähm. Virginia High. Kannst du bitte draußen ein bisschen auf Calvin aufpassen? Und macht mir den Kopf, wenn er alleine draußen ist. Nicht, dass ich ihm nicht vertraue, aber du weißt, wie es ist. Ja. So langsam kommt Licht in die Bude, würde ich sagen. Warte mal. Ja. Finde ich gut. Dann könnt ihr noch hier unten noch so ein bisschen Licht anbringen, ne? Okay. Okay. Ich bin echt froh, dass die Fackeln endlos leuchten. Das ist was, was ich bei Survival Games übertrieben finde. Wenn du für sowas, ähm, hat er noch immer Treibstoff nachfüllen musst oder sowas. Das finde ich immer übertrieben. Das finde ich, muss jetzt nicht so krass gemacht sein. Das würde ich auch einfach ein bisschen schön bauen können. Und gerade auch optisch. Und wenn du mit dem Licht an. Kevin, du kannst auch ruhig reinkommen und was trinken oder so, ne? Und mal was essen. Guck mal, wie viele Häuser schon wieder gesammelt. Läuft aber gut. Er macht sein Ding da draußen. Wir bauen die Hütte fertig. Echt, echt, echt schön, wie es gerade hier läuft. Die Zimmer brauchen natürlich auch noch Licht, klar. Das kriegen sie aber auch noch. Okay. Okay. Kevin, alles okay mit dir da draußen? Wir könnten den Fluss entlang ein bisschen beleuchten. Wäre auch hübsch, stimmt. Halber? Mit halben kann ich die. Oh. Alter. Da pisst euch. Weißer, lässt man mal nachts die Bude auf, ne? Das ist natürlich gleich wieder eine Einladung für jeden Nachbarn, mal zu gucken, wie es in der Wohnung aussieht. Der kotzt einen doch an. Das sind beiden verloren. Kevin ist da drüben, der hat es wahrscheinlich nicht mal gecheckt. Toll. Wie die halt da trotzdem da drüber kommen, ne? Hm. Wie machen wir das, dass wir da ein bisschen mehr sicher sind? Ich fände es cool, wenn wir noch den, 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 den Fluss entlang nach oben so lichteln machen könnten oder so. Kann man? Ähm. Geht das so einfach an? Das geht einfach an Steinen. Kevin chillt einfach so. Ja, der chillt sein Leben. So komplett. Es fehlt ein bisschen Fleisch, oder? Und jetzt habe ich schon was gegessen. Können sie machen. So. Ich würde gleich vor Schreck erstmal die Stämme ins Gesicht geschmissen. Ach Gott. So. Virginia kriegt dann ihr Zimmer im Dach. Ey, Kevin. Alles gut bei dir? Wenn irgendwas ist, ne? Du kannst nur reinkommen. Komm rein, mach die Tür zu. Ist ja gut, wenn die selber die Tür aufmachen können und zumachen können. Da könnte ich die ganz einfach zulassen. Das, das würde helfen. Das würde echt helfen. Wir gehen gleich pennen. Und dann skippen wir die Nacht einfach. Weil man halt noch schön arbeiten könnte, ne? Es ist schön Licht hier überall. Es wäre jetzt nicht nötig zu pennen. Möchtet jemand? Calvin, alles gut da draußen? Alter, jetzt habe ich auf diesen scheiß Stein hoch. Calvin? Oh, ne. Ich mache die Tore wieder auf, Calvin. Wie mache ich das halt mit den Spikes? Oh, hier fehlt ein Spike. Hier fehlt doch welche zwei Stück. Hä? Wait a minute. Hier fehlen zwei Spikes. Habe ich die kaputt gemacht? Aus Versehen? Hä? Was war das jetzt? Wie, wieso? Okay, danke. 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 Darum kommt hier so easy peasy rein. Toll. Du kannst das, ne Calvin? Gut. Aber wir haben ja auch noch. Warte mal, was wir auch noch machen können. Nicht Möbel. Das war jetzt. Was ist er? Ich muss was es, dass du auch noch nicht mit dem. Ich kann es nicht sagen, dass du nicht mit einem Armstumpfond erneut. Warte mal. Ich bin sehr. Dann können wir ihn mit dem Armstumpfond. YEAH. Danke. Und jetzt, das war glücklich. Danke. Danke. кarte. Danke. 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 Ich habe keine Steine mehr. Ich brauche hier Steine her. Jetzt gehen wir die Steine, Mensch. Wenn der Weg nicht fertig ist, dann lasst in der Mitte das Gras verschwinden. Eigentlich. Das Gute ist, dann kann Calvin wieder Stein holen. Einfach immer schön die Calvin Beschäftigungstherapie machen. Kann ich. Hm, okay. Junior sitzt da. Okay. Gut. Ein kleiner Trampelfahrt durch den Garten. Kann man machen. Ähm, ja. Warte mal. Hä? Hallo, ich hätte gerne die Fische. Den esse ich gleich. Ich hoffe, ich kriege die Errungenschaft bald. Aber ich habe keinen Bock mehr, Rohfisch zu fressen. Ich würde jetzt gerne sehen, wie viel ich halt schon habe. Die müsste ich auch mal aufmachen. Okay. Okay. Okay, voll. Oh, wir können Fleisch hinhängen. Wo habe ich das Fleisch her? Ich wollte auch die ganze Zeit nirgendwo, wo ich Fleisch her habe. Wo habe ich das Fleisch her? Ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Hi. Hallo. Ich würde gerne... Danke. Eins ist hier irgendwie abhanden gekommen. Oh, dankeschön. Weil ich gesehen habe, dass ich da so viel eingesammelt habe. Bringst du mir ein, dass das so ist. Das ist echt lieb. Ich würde gerne noch ein kleines bisschen bauen. Ich bin so 19 Uhr. Dann können wir hier mal eine Pause machen. Und dann können wir mal wegen ATS gucken, wer da Bock drauf hat. Könnten wir gerne machen. Sollen wir mal schauen. Ich will wenigstens die Etage gerne noch fertig kriegen. Virginia ist jetzt hier. Die kann ja auch schießen. Sondern wenn hier was reinkommt. Also hoffe ich, dass sie das macht. Ist ja gut, wenn sie das tut. Da ist es krabbelt. Calvin, machst du super. Immer weitermachen. Das Haus nimmt Gestalt an. Viel brauchen wir gar nicht mehr. Oh, echt nicht mehr so viel. Wollen wir halt nur noch Türen, ne? Wobei, wir könnten die Türen ja erstmal auch weglassen. Ja, Privatsphäre und so eine Sache, klar. Aber da sparen wir uns ein bisschen Holz. Calvin ist am Fällen einfach. Wo können wir schon mal gucken, wo wir dann den nächsten Weg hinziehen können, theoretisch. Könnte man eigentlich auch gleich mal gucken noch. Wobei, dann kommt Virginia wieder auf Abwege. Ach, bitte. Dann zuletzt verlieren wir Virginia wieder. Sie ist gerade hier. Und hier würde ich jetzt gerne noch ein Fenster machen. Ja. Ach ja. Ah, die Zimmer kriegen dann auch richtig Türen zum Abschließen richtig schön, dass man wirklich seine Privatsphäre hat, wenn man das möchte. Dann machen wir das so. Das war hier vorne raus, so wo der Balkon ist. Oder machen wir auf der anderen Seite. Boah, ich hab ne Idee. Wenn man hier hochkommt, ne? Kannst du hier rumgehen und kannst in das Zimmer gehen. Und hier auf der Seite, mach mal einfach so ne, ne, oh, ne Dachlücke rein. Ja. Dass das Dach geht quasi. Und dann mach mal hier die Dachlücke rein. Dass du quasi, wenn du hier hochkommst, äh, hier quasi wie so ne Art Balkon hast hier oben drin. Was halt schon schön aussehen würde. Du kommst mal mit, ich brauch ich mal eben. So. Ich speichere mal. Ich trau der ganzen Sache hier überhaupt nicht. Und Kellen wieder angelackelt. Ein Kelle wie. Ja, wir sind auch recht gut in Richtung Dach unterwegs jetzt. Ja, die Ecke ist da und stört mich trotzdem irgendwie. Und da brauchen noch Türen drin. Wie weit gänge denn das Seil? Rein hypothetisch. Wie weit, bis es rot wird? Hier. Hier. Oh, das ist ein kleines, ne. Das wird nicht funktionieren. Das Seil ist das große oder das kleine. Uh, das war ein großes. Oh, warte mal. Oh, das ist ein kleines. Oh, das ist ein kleines. Oh, das ist ein kleines. Oh, die wurde jetzt angekiltet. Oh, okay. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das habe ich nicht getickt, dass das so einer ist. Ups Hoppalla Ja, wir haben wieder Besuch Oh, das ist Calvin Wo ist unser Besuch? Hey, wo ist denn der Besuch? Da oben War was? Weißt du was gesagt? Ich hab dich nicht verstanden, akustisch Oh, ne Hechtrolle Tolle Hechtrolle, Junge Nee, 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 nee So haben wir ja nicht gewettet, Freunde Wo ist denn er? Oh, ich kann doch ein Baum stammt da Mehr ist jetzt hier aber wohl nicht, ne? Ähm Nehm ich mir hier noch einen Baum Da rennt Calvin Calvin ist am Rennen Ich hab keine Ahnung, dass die Baumstämme sich dann holen Okay Oh, warte mal Ich wütte Ich will gerne hochrennen können Kann ich das von hier aus Anknüpfen Nee, muss ich da hoch Dann können wir den Ausgang hier theoretisch Oh, nee, zumachen können wir denn nicht Nee, zumachen wäre doof Hi, Virginia Ich hab kurz ein Zweck helfen So Jawohl Perfekt Komm ich hier ran? Ja Nein, das ist meiner Meine Ist auch meine Nee, nee, nee Ach, das ist Schweine unten liegen noch welche Mir gefällt, dass es so geht Wie es geht Einfach Es ist einfach so gut Lol, hä? Wieso hab ich den jetzt abgelehnt? So Jetzt aber Keiner liegt hier noch Ist das der Letzte? Ja Ich glaube, es ist der Letzte Gut, da haben wir das auch schon mal angefangen Ich hoffe, die bauen das noch so viel mehr aus, ey Nein Jetzt komm her So, jetzt aber Ist einfach so gutes System Ich würde aber den Baum wegmachen, glaube ich Weil sonst Jumpen die davon vielleicht da drauf Das will ich nicht Okay, Calvin Heutz die auch irgendwo ab Ah, da Calvin, Deckung Hey, Calvin Lebt er noch? Okay, Calvin Lebt er noch Alles gut Das war schon kurz Knapp ein bisschen Kann man nicht aufhören, wenn man einmal anfängt, ne? Das ist schon Wie so ein kleines Süchtischspiel, ey Komm Jawohl Wir bauen es mal kurz noch fertig Ich will mal gucken, wie es aussieht, wenn es fertig ist Ganz, ganz kurz noch fertig Nein Scheiße Mann, ich sehe immer Ich sehe, woran es liegt Jetzt lasse ich hier hoch So gutes System Einfach Meins Haha Meins, meins, meins Kann ich mal bitte? Yes Ein Stück fehlt Aber wie so einer Einer Malung Nix Schlimmes Ach, ich kann hier rein gehen Nix Das Schlimmes Wir könnten natürlich auch noch Seile machen Die Oh Wir könnten auch noch eins raus machen Und da Seile ran machen, dass man da hochklettern kann Auf den Weg So Wäre auch noch ganz cool Genial, geht's gut Kann ich schon drauf laufen Oder ist das jetzt wie so eine Blaupause, dass ich durchfalle Ich kann drauf laufen Wie gut Hi Ah Das macht sie an den Dingern dann fest Ah, okay Kann ich dann? So, nochmal in der Mitte des Weges irgendwo Warte mal am Rand Nee Das ist schade Das war ein Astreiner Schuss Wenn ich das mal kurz anmerken darf So Na, dann ziehen wir dann so einen schönen Weg durch den Dschungel Über die Insel Kann man sich dann die ganzen Mutanten angucken Okay, dann speichern wir mal Dann frage ich mal kurz rum, wer noch Lust hat Ihm Ihm, ihm, ihm Beide leben auch noch Alles gut Boah, da hab ich halt scheiße viel geschafft Ich hab sogar den Boss weggemacht Auf den Boss bin ich ein bisschen stolz, dass ich den geschafft hab Da bin ich ein bisschen stolz So, ich werd jetzt mal rumfragen Wer Bock auf eine Runde ATS noch hat So eine kleine Tour Kleines Türchen Ähm Hier ist grad alles Stillstand Komplett Hier geht nix mehr So ein PC ist abgestürzt, kann das sein? Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ob ihr mich noch seht Okay Hallo, hallo, hallo Jetzt Okay, ich weiß nicht, ob ich ein Standbild hatte bei euch Hier war gerade gegen nix mehr PC hat gefreezed Das hatte ich auch nicht Lange nicht Sag mal, lange nicht Alter Okay Dann kriegt ihr Eine Wo ist meine Pause? Da ist meine Pause Kurze Pause Und dann hören und sehen wir uns Wahrscheinlich gleich wieder Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Ding ist, ich hoffe nicht, dass mein Spielstand broken ist, wenn mein Spielstand broken ist, bin ich am Arsch Hier ist das Ding, das wäre sehr unruhig, das wäre sehr unruhig, das wäre sehr unruhig. So, die ist das. Alter, meine Kapuze. Kannst du mal bitte nicht so nervig sein? Danke. Dann, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann können wir jetzt hier rausgehen. Zack. Willst du dich wieder abschmieren? Okay, es geht. Okay, ATS, wir testen es mal. Halt, ich muss es testen. Halt, ich muss. Spiel, Spiel. Das Ding war, ich muss es mal kurz testen. Leider hatte ich bei ATS jetzt ein Problem, dass immer, wenn ich eine Fracht...